Ich kniete an Ray Shackleford's Seite. Er war wild gebissen und aufgerissen worden. Ich drückte beide Hände auf seinen Hals und versuchte, die Blutung zu stillen, aber es sprudelte unablässig hervor. Tut mir leid, stieß er keuchend hervor. Entspannen Sie sich einfach, Sie werden schon wieder, log ich. Sein Puls war äußerst schwach. Gretchen! brüllte ich. Susan, sie hat es aus meinem Kopf geholt. Ich konnte sie nicht aufhalten. Er ächzte vor Schmerzen. Pa! Julie sank auf die Knie. Der superheiße Flammenwerfer landete klappernd neben ihr auf dem Boden. Oh Liebes, es tut mir so leid. Er hustete. Blut sprudelte blubbernd über seine Lippen. Ich wollte nie jemandem wehtun. Ich hab sie nur so sehr geliebt. Ich konnte sie nicht gehen lassen. Schon gut, Pa, sagte sie und ergriff seine Hände. Tränen gruben Furchen über ihr rußgeschwärztes Gesicht hinab. Ich wusste es nicht. Vampiren. Deshalb hat der Zauber nicht gewirkt. Er wurde schwächer. Verzeih mir. Ich verzeih dir. Ich verzeih dir, murmelte sie weinend. Ich verzeih dir. Halt einfach durch. Gretchen tauchte auf. Sie stieß mich beiseite, drückte ein Tuch auf Ray's verheerte Kehle, wischte genug Blut weg, um die Wunde betrachten zu können und machte sich mit einem kleinen Set primitiver Werkzeuge sofort ans Werk. Ich wich zurück, um die Heilerin nicht bei der Arbeit zu stören. Trip und Holly standen etwas abseits und beobachteten mit gezückten Waffen die Veranda. Mittlerweile klangen die Helikoptergeräusche lauter. Wir haben Gesellschaft, verkündete Holly. Bundesärsche. Hör zu. Der Ort. Natchy Bottoms. Mississippi? fragte ich. Milo hatte uns während der Fahrt zu den Elfen kurz davor gewarnt. Ja. Tief unten verborgen. Redet mit dem Wendigo. Er schloss die Augen. Gretchen schaute zu Julie auf und schüttelte langsam den Kopf. Julie, ich liebe dich. Seine Stimme war kaum noch zu hören. Es tut mir so leid. Ich liebe dich auch, Paar, flüsterte sie. Nur Minuten zuvor war sie bereit gewesen, ihn zu töten. Doch nun, im Augenblick seines Todes, musste sie sich ihren Gefühlen für ihren Vater stellen. Mein Herz empfand mit ihr. Die Helikopter trafen über uns ein. Suchscheinwerfer strahlten grell auf das Grundstück herab, als sich Bundesagenten rasch mit Seilen zu Boden ließen. Aus einem Lautsprecher wurden uns Anweisungen zugebrüllt. Waffen fallen lassen, nicht bewegen. Ein Apache schwebte tief über dem Haus und ließ die zerbrochenen Überreste der Verandatüren zuschwingen. Die 30 mm Maschinenkanone war direkt auf uns gerichtet. Wir hatten keine andere Wahl, als uns zu fügen. Ich nahm Graus ab, schob sie von mir, löste den Pistolengurt und legte ihn daneben. Tripp und Holly taten ebenfalls wie ihnen geheißen. Julie hielt noch immer die Hand ihres Vaters. Julie, wirf deine Pistole weg! Ich wusste nicht, ob die Bundesärsche wirklich wild drauf losfeuern würden, aber ich wollte sie auf keinen Fall provozieren. Hey, Julie, hör mir zu! Sie kam zu sich und schob zornig ihre Pistole weg. Schwarz gekleidete Agenten näherten sich uns schnell, die Waffen im Anschlag Taschenlampen auf unsere Augen gerichtet. Was sollen wir tun? wollte Tripp wissen. Julie erwiderte nichts. Sie blickte nur missmutig auf ihren sterbenden Vater hinab. Ich wusste nicht, was ihr durch den Kopf ging. Tut, was sie sagen. Ich hatte das Gefühl, dass es gleich ziemlich unschön werden würde. Die Bundesagenten fielen rasch und heftig über das Haus her. Fenster zerbrachen, als Blendgranaten hereingeworfen wurden. Türen wurden mit Handrammen aufgebrochen oder mit Sprengmunition aufgeschossen. Die Agenten des Amts für Monsterkontrolle überrannten uns, brüllten Befehle und zwangen uns auf den Boden. Mir erging es kaum besser als bei meiner letzten Begegnung mit ihnen. Wenigstens erwies sich der Stiefel, der sich mir auf den Hals stellte, als nicht so schwer wie der beim letzten Mal. Wir haben einen Verwundeten, rief einer der Agenten. Es ist Shackleford. Schick den Sanitäter her. Gretchen heulte vor Schmerz auf, als einer der Bundesagenten sie beiseite trat. Hey, sie ist Ärztin, brüllte Tripp. Er setzte sich gegen die Agenten zur Wehr, die versuchten, ihm Handschellen anzulegen. Der erste Schlag landete unmittelbar hinter seinem Ohr und ließ ihn auf die Knie sinken. Dann wurde er von einem Gewirr von Gewehrschäften niedergeknüppelt und schließlich mit Tritten endgültig zur Unterwerfung gezwungen. Arschlöcher. Ein Agent, der wohl Sanitäter sein musste, kümmerte sich um Ray. Von meiner Position auf dem Boden aus konnte ich Blickkontakt mit Julie herstellen. Sie schluchzte, während sie zur reglosen Gestalt ihres Vaters schaute. Jahre aufgestauter Emotionen brachen in einem grässlichen Moment der Gewalt letztlich aus ihr hervor. Gebäude gesichert, verkündete einer der Agenten. Ausweitung auf Umgebung. Der Lärmpegel senkte sich, als die Helikopter jäh schwenkten und sich entfernten, um nach Vampiren zu suchen. Ich wusste, dass sie nichts finden würden. Wir haben noch einen Jäger im Haus. Wahrscheinlich ist er tot oder verletzt, brüllte Julie den Bundesagenten zu und meinte damit den vermissten Grant. Lieutenant, medizinische Evakuierung für Shackleford. Schaffen Sie ihn in die Luft. Befall eine vertraute Stimme. Ich wurde hochgezogen, damit ich in das strenge Antlitz von Special Agent Myers blicken konnte. Sein persönlicher Kampfhund, Agent Franks, stand hinter ihm. Wieder trug Myers seinen billigen Anzug. Die anderen Agenten hatten sich mit kugelsicherer Kleidung ausstaffiert. »Pitt, was ist hier los?« »Vampire, Sie sind wegen Ray gekommen,« antwortete ich wahrheitsgemäß, als Rays schlaffe Gestalt auf einer Bahre zu einem wartenden Blackhawk getragen wurde. Er sah nicht gut aus, und sofern er nicht bereits tot war, würde er es bald sein. Falls ihn seine Verletzungen nicht umbrachten, würden das gemäß der Standardvorgehensweise, mit der ich gut vertraut war, die Bundesagenten übernehmen. »Wo ist der Ort? Haben Sie von dem Ort erfahren?« brüllte Myers mich an. Ich wusste nicht, ob ich es ihm sagen sollte. Die Bundesagenten hatten mich so oft misshandelt, dass ich echte Zweifel daran hegte, ob man ihnen überhaupt über den Weg trauen konnte. Andererseits musste jemand den Verfluchten aufhalten, und sie waren vermutlich besser dafür ausgerüstet als wir. »Reden Sie schon,« befahl er. »Das ist eine verflucht ernste Angelegenheit.« »Ich weiß, Myers, verdammt nochmal, es ist...« »Owen, sag es ihm nicht,« brüllte Julie. Einer der Agenten trat ihr in die Rippen. Sie schrie vor Schmerz auf. »Aufhören,« brüllte ich. Franks drängte sich an Myers vorbei und schlug mir seitlich ins Gesicht. Brutal hart. Mein Kopf wurde herumgeschleudert, und ich fiel nur deshalb nicht, weil mich die Agenten auffingen, die meine Arme hielten. »Sagen Sie uns wo, Mr. Pitt?« schrie Myers mich an. »Wir haben Alarmstufe Rot. Niemand von Ihnen besitzt momentan irgendwelche Bürgerrechte. Wir werden es also aus Ihnen rausprügeln, falls es nötig ist. Die Uhr tickt!« Franks schlug mir in den Magen. Meine Bauchmuskeln krampften sich qualvoll zusammen, und ich rang keuchend nach Luft. Der Mann hatte wirklich einen ordentlichen Bums am Leib. Ich schwöre, er musste Rinderhälften weich geprügelt haben, wie Rocky, um eine solche Schlagkraft zu entwickeln. Ich hatte keine Ahnung, warum Julie nicht wollte, dass ich Ihnen von Natchy Bottoms erzählte, aber ich vertraute ihr. Und ich wusste, dass ich mit Schmerzen dafür bezahlen würde. »Lädten Sie mich, Myers! Ich sage Ihnen einen Scheißdreck!« stieß ich mühsam hervor. »Knuff!« Der Treffer presste meinen Magen gegen mein Rückgrat. »Meyers, Sie waren selbst mal bei MHI, das können Sie nicht tun!« sagte Julie flehendlich. »Warum nicht, Julie?« gab er zurück. »Verstehen Sie denn nicht, was hier auf dem Spiel steht?« »Das Schicksal der Welt«, antwortete sie. »Ja, das wissen wir.« »Also sagen Sie uns einfach, wo wir hinmüssen, und wir werden dort auf ihn warten.« Er klang recht vernünftig. »Ich konnte nicht atmen.« »Zuflucht«, erwiderte sie nur. Myers' Miene verfinsterte sich. Franks ohnehin schon finstere Züge zogen sich vor Verwirrung zusammen. Offensichtlich ein Gefühl, das er nicht mochte, denn sicherheitshalber schlug er mich noch einmal. Ich stöhnte vor Schmerzen. Franks wich zurück und ließ die Knöchel knacken. Wenigstens hatte ich es geschafft, dass sich seine Hände wund anfühlten. Was bedeutet Zuflucht? »Mit manchen Monstern treffen Sie Abmachungen«, erklärte Myers. »Manchmal stoßen Sie auf etwas, das Sie nicht wirklich für schlimm halten, auch wenn es auf der Sumpfliste steht. Dann lassen Sie es gehen, oder verstecken es vor uns, gewähren ihm Zuflucht, wenn man so will, wie dieser Kreatur hier.« Er deutete mit einer unwirschen Gäste auf Gretchen. »Ihre Spezies ist freiwild.« »Ich schwöre, wenn Sie ihr etwas tun, bringe ich Sie um«, drohte ich Myers. Franks zog eine Augenbraue hoch und setzte dazu an, dem Organspendeaufkleber auf meinem Führerschein zu gutem Nutzen zu verhelfen. Myers legte eine Hand auf den dicken Arm des anderen Agenten. Franks wirkte enttäuscht. »Nicht nötig, Mr. Pitt. Bin kein Monster. Sie ist keine Bedrohung.« Er klang aufrichtig. »Ich bin nur jemand, der versucht, seinem Land zu dienen. Im Augenblick stehen Sie mir dabei im Weg.« Er warnte sich an Julie. »Hören Sie, ich gebe Ihnen mein Wort. Was immer Sie an dem Ort leben lassen, wir vergreifen uns nicht daran. Wir sind nur hinter Lord Machado her.« Julie schien darüber nachzudenken. Sie wandte sich unter dem Gewicht der Agenten, die sie niederdrückten, und verdrängte den Schmerz angesichts des Wissens um das Schicksal ihrer Mutter und den vermutlichen Tod ihres Vaters. Als sie schließlich das Wort ergriff, hörte sie sich völlig ruhig an. »Ich sage Ihnen alles, was ich weiß. Aber Sie müssen MHI in Ruhe lassen. Rücken Sie aus der Zentrale ab. Lassen Sie uns unsere Arbeit tun. Sie können den Ort der Macht haben und sich dort auf den Verfluchten vorbereiten. Geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie die Zuflucht zufrieden lassen. Mit dem Rest können Sie machen, was Sie wollen.« Mir wurde klar, weshalb sie diejenige war, die sich um die Vertragsverhandlungen des Unternehmens kümmerte. »Nein«, entgegnete Myers nüchtern. »Soweit es mich betrifft, ist Ihre Horde von Spinnern am Ende. Hilfeleistung für einen Flüchtigen. Nein, MHI ist erledigt. Die Monsterjagd wird wieder eine reine Regierungsangelegenheit, wie es sein sollte.« »Sie Mistkerl«, spie sie ihm entgegen. »Wir haben Ihnen meinen Vater nicht ausgeliefert, weil wir glauben, dass Sie eine undichte Stelle haben, die dem Verfluchten Informationen steckt.« »Das ist lächerlich«, erwiderte er. »Was stimmte?« »Die Bösen brauchten keine Informationen von uns oder von den Regierungsagenten, um von Ray zu erfahren. Nicht, wenn seine eigene Frau für das andere Team spielte. Natürlich half uns dieses Wissen jetzt nichts mehr.« »Passen Sie auf, mir gefällt das alles ganz und gar nicht. Ich bin kein gewalttätiger Mensch, aber wir haben keine Zeit für Spielchen.« Voll offenkundiger Abscheu nickte er seinem Untergebenen zu. »Agent Franks, tun Sie, was Sie tun müssen. Wir müssen in Erfahrung bringen, wo dieser Ort der Macht ist.« »Ja, Sir«, der dunkle Mann sah mich emotionslos an. »Es würde eine lange Nacht werden.« Da knüsterte plötzlich Meyers Funkgerät. »Deltateam, hier Bravo. Es nähert sich ein Auto mit hoher Geschwindigkeit. Sollen wir das Feuer darauf eröffnen?« »Over.« »Negativ. Am Tor abfangen«, gab er zurück. »Erwarten Sie Besuch?«, fragte er Julie. »Nein. Nur die Vampirin, die mein Haus verwüstet und meinen Vater getötet hat.«, erwiderte sie frostig. Wieder das Funkgerät. »Sir, es scheinen Jäger aus der MHI-Zentrale zu sein.« »Wer?«, wollte Meyers wissen. »Earl Harbinger und ein paar andere. Er ist ausgestiegen und nähert sich dem Eingang.« »Behaften«, befahl Meyers. »Und Vorsicht, Harbinger ist extrem gefährlich.« Julie suchte Blickkontakt mit mir. Ihre Lippen bildeten die Worte. »Mach dich bereit.« Ich nickte leicht. Obwohl ich keine Ahnung hatte, was kommen würde, hatte ich nicht vor, sie im Stich zu lassen. Man hatte mir zwar keine Handschellen angelegt, aber ich hatte an jedem Arm einen Agenten. Bislang hatte ich mich nicht gewehrt, und sie hielten mich nur fest, damit ich Franks als Sandsack dienen konnte. Bei Julie befand sich ein weiterer Agent, noch einer bei Gretchen, und soweit ich es erkennen konnte, bewachten noch drei Trip und Holly. Alle waren gut ausgebildet, schwer bewaffnet und warteten nur auf einen Grund, um auf uns zu schießen. Alle erschraken, als von der Vorderseite des Hauses Schüsse automatischer Waffen ertönten. Franks schaute in die Richtung, als sich seine Hand auf die Glock in seinem Halfter zubewegte. Er sah nicht, wie mein nackter Fuß auf seinen Schritt zuschnellte. Ich trat ihn hart. Zu schade, dass er Schutzkleidung trug. Ich senkte den Fuß nach unten und nutzte meinen Schwung und brutale Kraft, um die beiden Agenten, die meine Arme hielten, gegeneinander zu schwingen. Sie prallten unkoordiniert zusammen. Dem ersten rammte ich den Ellbogen ins Gesicht, dem zweiten brach ich mit einer linken Geraden die Nase. Die beiden gingen zu Boden. Chaos breitete sich schlagartig im Raum aus. Der Agent, der auf Julie kniete, schrie vor Schmerz und kippte um. Franks erholte sich mit verzogenem Gesicht und griff mich an. Die anderen Agenten griffen zu ihren Waffen. Gleich würden wir sterben. Dann explodierte die Tür nach innen und zwei Agenten wurden hereingeschleudert, landeten und kullerten unsanft über den Boden. Habinger stürmte herein und direkt auf die Agenten zu, die über Trip und Holly standen. Blitzschnell raste er auf die sich hebenden Waffen zu, duckte sich dazwischen hindurch, schlug die Agenten mit bloßen Händen nieder, stieß ein Gewehr beiseite, packte den letzten Agenten an seinem Gurtzeug und rammte ihn mit einem grausigen Krachen gegen die Wand. Ich hatte noch nie einen Mann gesehen, der sich so schnell bewegte. Abgelenkt von Habingers übermenschlicher Demonstration bemerkte ich Franks Bewegung nicht. Er rammte mir die Handfläche ins Gesicht und stieß mich aus dem Gleichgewicht. Sofort zog er sich zurück, schützte seine rechte Seite und griff nach seiner Pistole. Ich kämpfte mich nach vorn und versuchte, seine Hand zu erreichen. Die Zeit verlangsamte sich. Die Pistole hob sich aus dem Halfter. »Halt! Halt!« brüllte Myers. Franks erstarrte, die Glock in niedriger, angespannte Halteposition, den Finger am Abzug, die Mündung direkt auf mein Brustbein gerichtet. Unsere Blicke verhakten sich ineinander. Wenn ich auch nur mit dem kleinen Finger zuckte, wäre ich tot. Julie lag immer noch auf dem Boden, war jedoch weit genug gerollt, um nach dem Flammenwerfer zu greifen, der brummend auf Myers Beine zielte. Der Agent, der sie umgestoßen hatte, drückte ihr seine Pistole in den Rücken. Habinger stand über den benommenen Gestalten der anderen Agenten. Der Bundesagent neben Gretchen hielt sich das Bein, wo sie ihn mit ihrem totem Stock gestochen hatte. Leider hatte er sein G36 angehoben, das auf Gretchens Kopf zielte. Die Gesichtsausdrücke der meisten Bundesfritzen konnte ich hinter ihren schwarzen Balaklavas nicht erkennen, aber ich vermutete, dass sie genauso angespannt waren wie ich. Wenn nur eine Person falsch zuckte, würden wir allesamt erschossen oder geopfert. Es war die verrückteste Patschstellung, die ich je gesehen hatte. Ein weiterer Bundesagent betrat den Raum, die Hände über den Kopf erhoben. Sam Haven folgte dicht hinter ihm. Er hatte die Mündung seiner Pistole im Nacken des Mannes unter den Helm geschoben. Keiner rührt sich oder ich puste diesen Penner weg, brüllte Sam. Plötzlich hielt er inne, betrachtete die verzwickte Lage, zuckte mit den Schultern und spuckte Tabaksaft aus. Schon gut. Vergesst es. Ihr seid mir weit voraus. Er klang ziemlich enttäuscht. Buck, gefälligst nicht auf den Boden, du Primat, herrschte Julie ihn an. Es mochte versenkt und von Granatsplittern zerschrammt sein. Trotzdem war dies immer noch ihr Haus. Harbinger hatte keine Waffen in den Händen, aber nach der Demonstration körperlicher Fähigkeiten, die ich soeben bezeugt hatte, schien es niemand eilig zu haben, sich mit ihm anzulegen. Fünf Bundespisser lagen stöhnend und wimmernd auf dem Boden. Harbinger rief den Gang hinab, aus dem er hereingekommen war. Milo, wie sieht's aus? Beeilt euch ein bisschen. Um die hundert Bundesärsche sind unterwegs hierher. Und sie sehen mächtig sauer aus. Meyers, schalten Sie Ihr verfluchtes Telefon ein, befahl Harbinger. Sofort. Der Bundesbeamte gehorchte. Langsam griff er in die Tasche seines Anzugs, holte das Telefon heraus und schaltete es ein. Sofort hörten wir alle das nervige Take me out to the ballgame. Ich hasse diesen Klingelton, sagte ich und sah Franks über seine Glock hinweg an. Ich auch, gab er mir recht, ohne die Pistole sinken zu lassen. Ich habe es ausgeschaltet, als wir gelandet sind. Bei einer Razzia finde ich es irgendwie ablenkend, erklärte Meyers abwehrend, als er die Antworttaste drückte. Hier, Agent Meyers? Ja. Ich bleibe dran. Der ranghohe Agent klang überrascht. Oh. Hallo, Sir. Tut mir leid. Ich entschuldige mich. Ja, Sir. Ja, Sir. Aber das entspricht nicht der üblichen Befehlskette. Wir hörten die Hälfte des Gesprächs mit. Meyers wirkte bemerkenswert gefasst, wenn man bedachte, dass Julie den Flammenwerfer nach wie vor auf ihn gerichtet hielt. Der Agent, der mit dem Gewehr auf Gretchen zielte, schien mir etwas zittrig zu sein. Ich hoffte, das Telefonat würde nicht mehr lange dauern. Aber, Sir, aber, aber, wir können, aber, ja, Sir, ich verstehe. Wir warteten auf das Ende des Gesprächs. Verstanden. Auf Wiederhören, Sir. Er klappte das Handy zusammen und steckte es zurück in die Tasche. Waffen runter, rillte er. Alle die Waffen runter! Langsam begannen die Waffen im Ballsaal, sich zu senken. Sam zog seine SIG P-220 aus dem Nacken des Agenten zurück. Julie legte den Flammenwerfer beiseite. Sagen Sie das den Jungs da draußen auch, rief Meiler aus dem Gang herein. Mich starrt gerade ein großer schwarzer Helikopter an. Meyers sprach in sein Funkgerät. Zurückziehen. Alle Einheiten zurückziehen. Das ist ein Befehl. Angespannte Augenblicke verstrichen, als alle gehorchten. Franks war der Letzte, der es tat. Während die Glock noch auf mein Herz zielte, meinte er zu mir, früher oder später bekomme ich schon noch Gelegenheit, sie umzulegen. Damit senkte er die Waffe langsam und steckte sie weg. Stellen Sie sich hinten an, erwiderte ich. Tja, Habinger, ich bin überrascht, gestand Meyers. Er wirkte nervös und verärgert. Der Mann erinnerte mich immer noch an einen Professor, nur sah er jetzt wie einer aus, dem die Festanstellung verweigert worden war. Es widerspricht zwar der Befehlskette, aber Sie wissen, dass ich mich nicht gegen einen Regierungsvertreter auf Kabinettebene stellen kann. Sie haben ihn gehört, gab Habinger zurück. Wir haben einen Waffenstillstand. Sie können sich flugs verpissen. Vorerst. Sobald ich neue Befehle vom Direktor habe, ist diese Anordnung außer Kraft, und dann verhafte ich jeden Einzelnen ihrer Truppe hier wegen Angriffs auf Bundesagenten und Beihilfe eines Flüchtigen. Ich schätze mal, das dürfte mehr als 48 Stunden dauern. Dann ist die Welt entweder zerstört oder das alles ist überflüssig. Und bis dahin haben Sie andere Befehle, erklärte Habinger frostig. Sie können den Ort der Macht übernehmen, wir kümmern uns um lokale Krisen. Wir sagen Ihnen, was wir wissen, Sie lassen uns in Ruhe. Der ranghohe Agent schien darüber nachzudenken. Die Vorstellung schien einen üblen Geschmack in seinem Mund zu hinterlassen. Gut. Vorerst, räumte Meyers nüchtern ein. Langfristig werden wir noch sehen, Earl. Ich wollte Julie beim Aufstehen helfen. Sie sah zittrig aus. Ihre Wunde war wieder aufgebrochen, wenngleich sie nicht stark blutete. Julie stieß mich weg. Es geht mir gut, sagte sie. Unsinn, widersprach ich. Lass mich dir helfen. Ich ergriff ihren Arm. Alle Einheiten, wir sind fertig. Nicht feuern, bereit machen zum Abrücken, befahl Meyers in sein Funkgerät. Die Bundesbeamten kümmerten sich um ihre Verwundeten. Die fünf Männer, die Habinger außer Gefecht gesetzt hatte, rührten sich zwar alle, aber einige schienen Knochenbrüche erlitten zu haben. Ich hoffe für Sie, dass Sie keinen meiner Männer ernsthaft verletzt haben, sagte Meyers zu Habinger. Mir ist egal, für wie wichtig manche Leute Sie halten, Earl. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass Ihr Sonderstatus widerrufen wird und Sie für den Rest Ihres Lebens im Gefängnis schmoren. Ich habe Sie nicht allzu schlimm verletzt, gab Habinger zurück. Unschuldig breitete er die Hände aus, konnte jedoch sein Selbstvertrauen eines Raubtiers damit nicht überspielen. Irgendwie war er unbewaffnet durch eine Gruppe kampfbereiter bewaffneter Männer gepflügt und hatte dabei alle niedergeschlagen, die ihm im Weg standen. Sie hätten eben nicht versuchen sollen, mich aufzuhalten. Ich dachte daran zurück, wie mich Habinger vor Darnay gerettet hatte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich vermutet, er hätte dafür als alter Hase unter den Monsterjägern lediglich einen Profitrick angewendet, aber nachdem ich gesehen hatte, mit welcher Leichtigkeit er die Bundesbeamten überwältigt hatte, wusste ich, dass mehr dahinter steckte. Was zum Henker ist er? flüsterte ich Julie ins Ohr. Irgendwie hatte mich Habinger quer durch den Saal gehört. Er zwinkerte mir zu. Das ist eine lange Geschichte, antwortete Julie Barsch. Earl, Grant wird vermisst und Paul ist tot. Nein, stieß Habinger hervor. Seine Züge fielen in sich zusammen. Scheiße. Meine Männer haben keine weiteren Jäger auf dem Gelände gemeldet, sagte Myers. Wahrscheinlich haben die Vampire ihren Mann mitgenommen. Milo? rief Habinger. Ich kann Grant's Signal per GPS nicht empfangen. Entweder ist der Sender kaputt oder ausgeschaltet. Er hat doch seine Panzerung getragen, oder? Ja, er hatte Wachdienst, rief Julie den Gang hinab zurück. Tut mir leid, Julie. Ich habe hier nichts. Wir werden ihn rächen, sagte Sam, der große Cowboy feierlich zu ihr. Ich versprech's. Falls es ein Trost ist, es tut mir leid. Aber wir verschwenden Zeit, meldete sich Myers zu Wort. Ich brauche eine Ortsangabe, und zwar sofort. Sie haben mein Wort, was für Kreaturen Sie dort auch verstecken. Wir lassen Sie in Ruhe. Abgemacht, erklärte sich Habinger einverstanden. Julie? Irgendwo innerhalb von Natchy Bottoms, Mississippi, sprach sie nach kurzem Zögern ins Leere. Ihre Trauer würde warten müssen. Kennen Sie den Ort? Ja, kennen wir, antwortete der leitende Agent. Üble Gegend, aber wo genau, das ist eine Menge Sumpfgebiet. Mein Vater sagte, der Ort sei versteckt. Sie müssen mit dem Wendigo reden, um zu erfahren, wo genau er ist. Unmöglich, entgegnete Myers. Das sind doch bloß Ammenmärchen der Indianer. Nein, widersprach Habinger. Natchy Bottoms gehört ihm. Wir haben eine Übereinkunft. Gut, wir kümmern uns darum. Sie und ihre Schläger-Truppe können die lokalen Ausbrüche der Untoten aufräumen, sagte Myers Barsch. Wir stellen dem Verfluchten am Ort der Macht eine Falle und befördern ihn ins Jenseits. Kleines Problem, meldete sich Julie zu Wort. Der Wendigo wird nicht mit Ihnen reden. Sie würden wochenlang durch die Wälder irren. Sie wissen ja, wie es dort ist. Die Regeln gelten dort nicht. Lassen Sie mich raten, erwiderte Myers, atmete langsam aus und versuchte unübersehbar, seine Wut unter Kontrolle zu halten. Mit Ihren Leuten wird diese Kreatur schon reden. Er wird nur mit mir reden, berichtigte Habinger, bevor er in einem Tonfall kaum verholener Abscheu hinzufügte. So wie es aussieht, begleiten wir sie. Myers fluchte. Der Mann bewies dabei ein bemerkenswertes Talent für kreative Kraftausdrücke. So wie es aussieht, werden wir wohl zusammenarbeiten, meinte ich vergnügt zu Franks. Der Wort karge brutal und nickte nur, tätschelte seine Glock und schwelgte zweifellos in der Fantasie, die Waffe endlich gegen mich einsetzen zu dürfen. Das war's, meinte ich. Wir wissen, wo der Verfluchte sein wird. Morgen beenden wir diese Geschichte. So oder so. Wird auch langsam Zeit, sagte Sam. Grant war einer von uns. Dieser schleimige Scheißer wird dafür bezahlen. Der große Cowboy trat in den Schotter. Ja, fügte Milo mit für ihn ungewöhnlichem Ernst hinzu. Er trug sein Nachtsichtgerät und ließ den Blick über das Gelände wandern. Wir drei standen in der dunklen Einfahrt des Stammsitzes der Shackleforts in der Nähe der Fahrzeuge und warteten auf die anderen. Gretchen leistete Tripp nach seiner kleinen Gewehrkolbenbehandlung erste Hilfe. Holly holte Ausrüstung. Habinger und Julie unterhielten sich etwa 100 Meter entfernt leise miteinander. Anscheinend musste Julie einige Dinge unter vier Augen mit ihm besprechen. Die Bundesagenten waren abgerückt, ziemlich mitgenommen von der Lektion, die Habinger einigen von ihnen erteilt hatte. Was glaubt ihr, was sie mit ihm gemacht haben? fragte ich. Mir gefiel nicht, wie wir über unseren Kollegen redeten, als wäre er bereits tot. Allerdings sah ich wenig realistische Hoffnung dafür, dass er noch lebte. Im Tagebuch des alten Mannes stand, dass ein Jäger geopfert werden muss, um diese Vorrichtung zu verwenden, sagte Milo. Ich vermute, dass der arme Grant geopfert werden soll. Beschissene Art abzutreten, meinte Sam. Müssen sie ihn also bis zum Vollmond am Leben lassen? Dann könnte er tatsächlich noch leben. Vielleicht, sagte Milo. Hoffen können wir es ja. Er klang zweifelnd. Bei den meisten Missionen des erfahrenen Jägers ging es darum, etwas zu suchen und zu vernichten, nicht darum, jemanden zu retten. Das Eingeständnis von Reue, bei dem ich Grant zuvor belauscht hatte, ließ ihn irgendwie menschlicher und seine Entführung noch schwerer verdaulich wirken. Aber ein winziger, fieser Teil von mir hasste ihn nun sogar noch mehr, weil ich sehen konnte, dass sein Verschwinden Julie hart traf, und ich ertappte mich dabei, eifersüchtig auf jemanden zu sein, der vermutlich bereits tot war. Eine Zeit lang harten geschweigend aus. In der Ferne zeichnete sich ab, dass Julie und Habinger wohl stritten. Sie wirkte ziemlich wütend und aufgeregt, während ihr MHIs Betriebsleiter etwas zu erklären versuchte. »Was glaubt ihr, worüber sie diskutieren?« fragte ich. »Ich vermute mal, sie will wissen, ob Earl wusste, dass Susan eine Vampirin ist,« antwortete Milo, als er durch sein Nachtsichtgerät nach oben schaute. »Ich kann nie fassen, wie viele Sterne man durch diese Dinger sehen kann.« »Hat er es denn gewusst?« »Keinen Schimmer,« erwiderte Sam. »Natürlich hatten wir Vermutungen. Immerhin haben wir ihre Leiche nie gefunden, und ihr Team hatte einen Vampir gejagt. Ich meine, wir haben wohl alle irgendwie daran gedacht, aber keiner von uns wollte es als echte Möglichkeit in Betracht ziehen. Du musst wissen, wir alle haben Susan geliebt. Die Vorstellung, dass jemand von uns auf die andere Seite gewechselt sein könnte, also, na ja, das ist jedenfalls nicht gut.« »Ich habe in meiner Werkstatt eine Kettensäge mit meinem Namen drauf,« teilte uns Milo fröhlich mit. »Sollte ich je von Untoten erledigt werden, will ich, dass ihr mich damit zerstückelt. Es ist eine gute Kettensäge.« »Glaub ich dir aufs Wort, Milo. Wäre mir eine Ehre, dir den Kopf abzusäbeln,« sagte Sam. Ich arbeitete mit wirklich interessanten Leuten zusammen. Die Lichter im Haus wurden ausgeschaltet. Kurz darauf kamen Tripp, Olli und Gretchen heraus. Da wir Löcher in den Ballsaal gesprengt und die Bundesärsche alle Türen eingetreten und viele Fenster eingeschlagen hatten, konnten wir außer dem Kellergewölbe nicht einmal etwas abschließen. Ich hoffte nur, dass niemand herkommen und das Haus plündern würde, während wir weg waren. Tripp humpelte und sah alles andere als gut aus. »Jetzt weiß ich, wie sich Rodney King gefühlt hat,« murmelte er mit aufgeplatzten Lippen. Ein Auge war zugeschwollen und Gretchen hatte ihn mit einer übel riechenden Salbe eingeschmiert. »Ja, nur wirst du im Gegensatz zu ihm keine Millionen Dollar Schmerzensgeld kriegen, die du für Nutten und Pott verpulvern kannst,« merkte Sam ironisch an. »Wir warten nur noch auf den Boss, dann können wir los. Wir haben ein paar Monster zu erledigen.« Julie und Harbinger stritten noch eine Minute lang weiter, bevor ihr Gespräch versöhnlich endete. Er umarmte sie und sie schluchzte an seiner Schulter. »War eine harte Nacht für sie,« meinte Milo nur. Der entfremdete Vater tot, der Freund verschwunden, herausgefunden, dass die eigene Mutter eine Untote ist. Milo Anderson war ein Meister der Untertreibungen. Niemand von uns widersprach ihm. »Ich hab mal ne Frage,« meldete sich Tripp zu Wort. »Wieso hat Grant nicht Alarm geschlagen? Ich bin aufgewacht, als ich Auen brüllen gehört hab.« »Wahrscheinlich hat sie ihn von hinten überrumpelt,« log ich. »In Wirklichkeit konnte ich mir gut vorstellen, was vermutlich passiert war. Wahrscheinlich etwas sehr Ähnliches wie das, was Susan bei mir versucht hatte, nur dürfte Grant nicht mitgekriegt haben, was ablief, bis es zu spät war. Holly kannte die Wahrheit. Vampire können verführerisch sein. Und du hast ja gesehen, was sie angehabt hat. Wahrscheinlich ist sie als Nebel ins Haus geschwebt, hat was von Julie übergestreift und Grant gebissen, als er dachte, er würde flachgelegt werden. Dann hat sie dasselbe bei Seth versucht. Sie zeigte auf mich. »Und? Bist du bei der toten Mami deiner Freundin zum Schuss gekommen? Klingt echt eklig, wie du das sagst.« An der Stelle hatte es keinen Sinn, zu lügen. »Ich bin ein Stück weit gekommen, bis ich gemerkt habe, dass sie nicht atmet,« stammelte ich ziemlich verlegen. »Hey, ich dachte, sie wäre Julie.« Sofort fühlte ich mich wegen der Äußerung ausgesprochen dumm. Zum Glück stand Julie noch weit genug entfernt, um mich nicht gehört zu haben. »Toll gemacht, Großer!« Sam knuffte mich in die Schulter. »Hättest du dich noch ein wenig dämlicher angestellt, hättest du dem Ausdruck Vampirepfählen eine völlig neue Bedeutung verliehen.« »Das ist widerlich,« fand Tripp, der sich einen Eisbeutel an die Schläfe gedrückt hielt. »Wie du meinst. Aber dich hätte sie als Nächsten gebissen,« sagte Holly. »Eher nicht. Ich hätte Alarm geschlagen,« gab er zurück. »Klar doch, du scheinheiliger Patron.« »Nein, wirklich, ich hab noch nie...« Jä verstummte er. »Äh, egal.« »Niemals?« Holly hörte sich verblüfft an. »Willst du damit sagen...« »Kann nicht sein.« »Wie alt bist du? Siebenundzwanzig?« Tripp sah aus, als fühle er sich entschieden unwohl in seiner Haut. »Hebst es dir für die Ehe auf?« warf Milo ein, der mit seinem mächtigen, unter dem Nachtsichtgerät hervorlugenden Bart befremdlich aussah. »Find ich gut, Tripp.« Wenigstens hatte er die Billigung der Mormonenfraktion. »Ich wusste gar nicht, dass ihr Rastafaris sowas macht,« sagte Sam. »Ich dachte, ihr treibt es alle ziemlich wild.« »Bin Baptist,« murmelte Tripp. »Ach so. Ich dachte ja nur, von wegen der flippigen Haare und so. Du wolltest dir den Wuschel abschneiden, würde dir gut stehen.« Sam spuckte auf den Schotter. Ich merkte mir geistig vor, nie auf Moderatschläge von einem Mann mit Nackenspoiler und Truckermütze zu hören. »Ja, du würdest wie Chef aussehen,« fügte ich hilfreich hinzu. »Nicht wie der Alte, wie der Neue.« »Bei Schwarzen stehen die Schnecken auf sowas. Dann würdest du auf jeden Fall flachgelegt, Junge,« teilte ihm Sam mit großer Zuversicht mit. »Aber... jetzt wartet mal. Es ist doch meine persönliche Entscheidung, verdammt!« haspelte Tripp. »In Ordnung, Leute. Hier kommt der Plan.« Gott sei Dank unterbrach uns Habinger. Er zündete sich eine Zigarette an, als er näher kam. Es hieß wieder zurück an die Arbeit. Julie wirkte traurig, zugleich jedoch entschlossen. Unser Betriebsleiter hingegen nur wütend. »Zurück zur Zentrale. Vorbereiten. Wir bilden einen Stoßtrupp. Morgen früh treffen wir uns mit den Bundesärschen in Natche-Buttoms. Milo, pack alles zusammen, was dir einfällt. Julie, Sam, ihr zwei nehmt Kontakt mit jedem anderen Team im Land auf. Sie sollen alles stehen und liegen lassen, woran sie gerade arbeiten, und sofort zurückkommen. Unser Team geht nach Natche-Buttoms, alle anderen kümmern sich um lokale Ausbrüche.« Er zeigte auf mich. »Fischlingstrupp, schnappt euch ein Auto. Bringt Gretchen zu ihren Leuten zurück.« Ich hatte die zierliche Frau beinahe vergessen. Sie verhielt sich so still und in ihren unförmigen Gewändern verschmolz sie beinahe mit den Schatten. Habinger verbeugte sich vor ihr in einem Ausdruck aufrichtigen Respekts und sagte etwas in ihrer Sprache zu ihr. Für mich klang es wie abwechselndes Gurkeln und Schnalzen mit der Zunge. Sie antwortete mit rauer, tiefer Stimme. »Danke, Gretchen. Du hast deinem Clan große Ehre gemacht«, sagte er, dann warnte er sich wieder an mich. »Bringt sie nach Hause.« »Sie ist keine Kriegerin, obwohl sie heute Nacht wie eine gekämpft hat. MHI wird für immer in der Schuld ihres Clans stehen. Etwas nördlich der Zentrale verläuft eine schmale Straße, der folgt ihr. Sie zeigt euch den Weg. Werdet nicht nervös, wenn sie euch merkwürdig vorkommen. Vergesst nicht, sie sind unsere Freunde. Damit löste sich die Gruppe auf, um sich den jeweiligen Aufgaben zu widmen. Ich ergriff Julia am Arm. Warte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber irgendetwas musste ich sagen. Sie drehte sich um. Unter ihren Augen prangten dunkle Ringe. »Was? Was ist, Owen?« »Es tut mir leid wegen deiner Eltern, und es tut mir leid wegen Grant.« Sie hob die Hand und schnitt mir das Wort ab. »Nein. Nein, tut es nicht.« »Doch, ich«, stammelte ich. »Du hast dir doch Grants Tod gewünscht, oder?« herrschte sie mich an. »Tja, sieht so aus, als sei dein Wunsch in Erfüllung gegangen.« Damit wirbelte sie herum und stapfte davon. Die Zentrale lag nicht allzu weit vom Haus der Shackleforts entfernt. Wir nahmen Grants Wagen. Das Auto erwies sich als tadellos gepflegt, und im Radio waren nur Sender für klassische Musik gespeichert. Wenigstens konnte ich wieder hören. Gretchens lila Pampe hatte bestens gewirkt. Trip und Holly hatten hinten Platz genommen, Gretchen saß vorn neben mir. Ich passierte die Straße, die zur Zentrale führte, und verlangsamte die Fahrt, als Gretchen auf einen schmalen, von Bäumen und Moos getarnten Weg deutete. Der erwies sich als so zugewuchert, dass die Scheinwerfer nur einen kleinen Bereich vor uns erhellten. »Sind wir hier richtig?« fragte ich Gretchen. Sie nickte, eine unter ihrer Kluft kaum wahrnehmbare Bewegung. Mittlerweile hatten wir kurz nach drei Uhr morgens, trotzdem trug sie immer noch ihre verspiegelte Sonnenbrille. Der Mercedes holperte zwischen Blattwerk hindurch, und das Fahrwerk schabte mehrmals über den Boden, als wir in tiefe Furchen sanken. Ich ließ das Fenster herunter. Das Zirpen von Insekten drang rhythmisch und laut herein. Um einen Baum waren mit einem Lederriemen drei Kuhschädel gebunden. Ich wusste, das musste ein Zeichen dafür sein, dass wir uns auf Skippis Grundstück befanden. »Mir gefällt, was ihr aus dem Ort gemacht habt.« Gretchen schnalzte anerkennend mit der Zunge. Wir fuhren den Weg weiter entlang, tiefer und tiefer in den finsteren Wald. Obwohl die Zentrale nur wenige Kilometer entfernt lag, schienen wir völlig von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Die Bäume ragten hoch auf, und der Wald wirkte urtümlich. Die Augen davonlaufender Waschbären schimmerten auf, als sie das Licht der Scheinwerfer reflektierten. »Irgendwie ist es hier unheimlich«, fand Trip. »Quatsch«, widersprach ich. Dann preschte etwas Riesiges durch die Scheinwerferstrahlen über die Straße. Es war massig, mit schwarzem Fell bedeckt und im Nu wieder verschwunden. »Was in drei Teufels Namen war das?«, stieß ich hervor, als ich auf die Bremse trat. Der Mercedes blieb auf dem Trampelpfad schlittern stehen und umhüllte uns mit einer Wolke aus rötlichem Staub. Ohne nachzudenken schloss ich das Fenster. »Ein Reh?«, schlug Holly vor. »Das war kein verfluchtes Reh«, entgegnete ich. »Es hatte eher nach einem hundsgemeinen Bären ausgesehen, gekreuzt mit einem Löwen. Vielleicht hatte ich einfach nicht genug Schlaf abbekommen. Gretchen brummte etwas Unverständliches und bedeutete mir, mit scheuchenden Gästen weiterzufahren. Was immer das Tier gewesen sein mochte, für sie bot es anscheinend keinen Anlass zur Sorge. In der Ferne tauchten flackernde Lichter auf. Lagerfeuer. Große Lagerfeuer. Langsam rollten wir weiter, bis wir die Gebäude einer winzigen Gemeinde erblickten. Vielleicht ließe es sich am besten als Dorf beschreiben. Die kleinen Häuser drängten sich in einem groben Halbkreis aneinander. Überraschenderweise präsentierten sich die Behausungen hübsch und gepflegt, trotz des seltsamen Dekors aus Häuten, Knochen, Fellen, Geweihen und Federn, das alle schmückte. Die Feuer brannten in großen Becken, die an den Kompasspunkten rings um das Dorf ausgehoben worden waren. Zwischen den Häusern befand sich ein Platz, auf dem etwas stand, das wie ein Schrein oder eine Kultbühne aussah. Eine schwarz gekleidete Gestalt tauchte im Licht der Scheinwerfer auf und winkte, als wir uns näherten. Ich erkannte Skippy an seinem Gang. Weitere Schemen kamen aus den Behausungen, alle unterdurchschnittlich klein, einige so gedrungen, dass es sich um Kinder handeln musste. Viele stülpten hastig Masken oder Kapuzen über. Ich parkte den Wagen neben einigen Pick-ups älteren Baujahrs. Noch bevor ich den Motor abgestellt hatte, war Gretchen aus dem Wagen gesprungen und rannte auf ihren Mann zu. Er hob sie hoch und schwang sie im Kreis, als sie sich freudig umarmten. Mehrere der anderen schlossen sich ihnen zu einer innigen Gruppenumarmung an. Ich stieg aus. Die Luft roch köstlich nach gebratenem Fleisch. Die Geräusche, die ich zuerst für zornige Laute hielt, entpuppten sich in Wirklichkeit als Gelächter, das von dem wiedervereinten Clan stammte. Einige der Kinder fingen zu spielen an und hetzten hintereinander her. Skippy verließ die Gruppe, als er mich erblickte. Viele der anderen musterten uns neugierig hinter ihren getönten oder verspiegelten Brillen. Erhabener. Danke für bringen Gretchen heim. Er verneigte sich, bis seine Balaklava den Boden berührte. Ich danke dir, Skippy. Gretchen hat uns heute Nacht das Leben gerettet. Sie hat unsere zahlreichen Wunden geheilt, und mit ihrem Glauben und ihrer Tapferkeit hat sie eine Meistervampirin in die Flucht geschlagen. Ohne sie wären viele Jäger gestorben. Sie bringt Ehre, ihre Clan? Er richtete sich auf und sagte laut etwas in seiner Sprache. Ringsum wurde erstaunt gejapst und von Gretchen zurückgetreten, um sich vor ihr zu verneigen. Ihre Züge konnte ich nicht sehen, aber anhand ihrer Haltung vermutete ich, dass ihr das Schauspiel etwas peinlich war. Nach einigen Sekunden richteten sich alle wieder auf und setzten ihren fröhlichen Begrüßungsreigen fort. Schließlich gelang es Gretchen, sich aus dem Getümmel zu lösen und zu uns zu kommen. Der Rest des Clans folgte dicht hinter ihr, bis sich letztlich die gesamte Gruppe vor uns dreien versammelt hatte. Gretchen zeigte auf Trip und sagte etwas zu den anderen. Ein anerkennendes Raunen ging durch die Menge, dann verneigten sich alle in seine Richtung. Skippys Leute hielten eindeutig viel von Verneigungen. »Äh, worum geht's da gerade?« fragte Trip und fuhr sich nervös mit einer Hand durch die Rasterlocken. »Dunkler Jäger, du gekämpft gegen Regierungsagenten. Zu schützen, Gretchen?« Als Skippy das Wort »Regierung« aussprach, wurde allseits gebuht. »Denke schon«, antwortete Trip. »Agenten, dich schlagen!« Er deutete auf Trips Gesicht. »Weil du sie schützt?« »Ja, aber ehrlich, das war keine große Sache. Ich...« Skippy schnitt ihm das Wort ab. Er wandte sich an seinen Clan und verkündete lauthals. »Smrslal! Smrslal! Ajii!« Anschließend sagte er zu uns. »Dunkler Jäger, Bruder von Kriegshäuptling und...« »Frau, bringen große Ehre. Mein Clan, ihr eins mit uns.« »Mit Ehre! Nicht müssen verstecken!« Damit fasste Skippy nach oben und nahm seine Brille ab. Zum Vorschein kamen grellgelbe, tief in gräulich-grünem Gewebe sitzende Augen. Behutsam klappte er die Brille zusammen und verstaute sie in einer Tasche. Dann begann er, seine Sturmhaube abzunehmen. Nacheinander taten es ihm die anderen gleich. Sogar die Kinder entfernten ihre Kapuzen, wofür einige die Hilfe ihrer Mütter brauchten. Wir hatten das Vertrauen und den Respekt des Stamms erlangt. Sie ehrten uns als ihresgleichen und offenbarten uns ihre wahre Gestalt. Ihre Haut war unebenmäßig und marmoriert, vorwiegend grün mit etwas grauem und braunem Einschlag. Sie waren entweder völlig kahl oder besaßen schütteres weißes Haar. Die Unterkiefer standen vor und hauerartige Eckzähne lugten zwischen den Lippen heraus. Die meisten hatten platte Nasen, wenngleich einige Schnauzen ähnlich nach oben wiesen. Die Augen unter den dicken Knochenkämmen und kurzen Stirnen waren gelb oder hellblau, die Ohren lang und spitz. Die meisten, wenn nicht alle, trugen Gesichtspiercings aus Knochen oder Gold. Heilige Scheiße, murmelte Holly. »Orks«, stieß Tripp ehrfürchtig hervor, »das glaube ich jetzt nicht.« Skippis spitze Zähne malten über dem breiten Kinn aufeinander. Ich glaube, es war ein Lächeln. Seine gelben Augen funkelten, als er über dem Kopf in die Hände klatschte. »Orks, ja, Clan von Gnirrlwutz, Faust von Norden, Speer von Verhängnis, jetzt Clan von M.H.I. Harp, Inger, gibt uns heim, gibt uns Arbeit. Jetzt, wir sind Familie. Kommen mit, Fleisch essen, tanzen.« Er deutete auf einen der anderen, der sich sofort umdrehte und zu dem Gebilde lief, das sich für einen Schrein hielt. Der jüngere Ork kniete sich hin und machte sich an der Rückseite des Dings zu schaffen. Dann erwachten gewaltige verborgenen Lautsprecher zum Leben. Metal. Die Orks spielten Heavy Metal. »J.B.L. Mörder-Soundsystem«, grunzte uns Skippy zu. »Kommen, feiern!« Der gesamte Stamm begann entweder zu Headbangen, wild zu tanzen oder auf- und abzuspringen und dabei die Hände über die Köpfe zu strecken, Zeigefinger und kleinen Finger zu den klassischen Teufelshörnern der Rockmusik hochgestreckt. Die Kinder bildeten einen Moshpit und fingen an, einander umherzuschubsen. Die Mütter beobachteten sie anerkennend. »Skippy, ich wünschte, wir könnten!« brüllte ich über die Musik von Static X. »Aber wir haben eine Mission! Wir müssen morgen früh nach Natchy Bottoms fliegen!« Die Orks tanzten weiter. Im nahen Wald heulten riesige Wölfe. Natürlich war damit die Kreatur erklärt, die durch unsere Scheinwerferstrahlen gerannt war. »Orks ohne Wölfe sind nicht drin.« Skippy nickte. »Skip versteht. Ich werde sein da. Zusammen. Wir zermalmen, Feind. Muss kümmern um Clan. Dann ich komme. Zum Fliegen in Schlacht.« Abermals verbeugte er sich. Ich erwiderte die Ehrenbezeugung. »Danke, Herr Habener.« »Große Ehre, Skippy. Danke.« Wir verabschiedeten uns. Ich kehrte zum Auto zurück. Holly stieg vorne ein. Trip stand wie gebannt an der Hintertür und starrte den Clan voll Staunen an, als einige der riesigen Wölfe zwischen den Bäumen hervorkamen und sich ins Licht der Feuer bewegten. Kleine grüne Kinder rannten zu ihnen und kletterten auf die pferdegroßen Geschöpfe. Sie spielten mit ihnen, als wären es Familienhaustiere. Haustiere mit Kiefern, die ein Reh in der Mitte durchbeißen konnten. Trotzdem Haustiere. Skippy kehrte zu Gretchen zurück, und die beiden stießen die Stoßzähne aneinander. Vermutlich das orksche Gegenstück eines Kusses. Ich ließ den Wagen an. Trip löste sich letztlich von dem Anblick und stieg ein. Wir fuhren den Pfad entlang zurück. Die laute Musik wurde mit zunehmender Entfernung leiser. Wir sprachen nicht miteinander. Trip starrte stumm aus dem Fenster. Der Mercedes holperte erneut vor sich hin und saß gelegentlich auf dem Boden auf. Man musste schon ein ziemlich entschlossener Entdecker sein, um sich diesen Trampelpfad anzutun. Und mittlerweile begriff ich, dass dies vorsätzlich so war. Die Orks bildeten eine seltsame und geheime Gemeinschaft, aber offensichtlich eine, in der starke Familienbande und ausgeprägte Liebe vorherrschten. Der kurze Besuch bei Skippis Leuten hatte meine Laune deutlich gebessert. Letztlich ergriff Holly das Wort. Na, Trip? Bist du jetzt zufrieden? Hä? Erinnerst du dich an unsere Begegnung mit den Elfen? Darauf erwiderte er nichts, aber niemand von uns konnte vergessen, wie enttäuscht er an jenem Tag gewesen war. Weißt du noch, wie du gesagt hast, wenn es so viel Geheimes Böses gibt, dann muss es als Ausgleich auch etwas Geheimes Gutes geben. Ja, antwortete er langsam. Im dunklen Auto konnte ich ihn nicht sehen, doch ich erkannte durch seinen Tonfall, dass er lächelte. Ich schätze, das stimmt auch. Ich schätze, es stimmt wirklich. Siehst du? Ich hab's dir ja gesagt, meinte Holly selbstgefällig. Wir versammelten uns im Besprechungsraum. Habinger bereitete sich darauf vor, uns einzuweisen. Innerhalb der nächsten halben Stunde würden wir abheben. Es war vier Uhr morgens. Jeder verfügbare Jäger hatte sich eingefunden, darunter die unerprobten Frischlinge, alle Mitglieder von Habingers Team, Dorcas und der alte Shackleford. Im Konferenzraum herrschte dichtes Gedränge. Alle anderen MHI-Mitarbeiter, die sich im Land aufhielten, befanden sich unterwegs zur Zentrale. Ich setzte mich am Konferenztisch neben Milo. Er grinste, als er mich sah. Der Mann schien immer gute Laune zu haben. Und? Hast du Skippis Sippe kennengelernt? Orks, erwiderte ich. Das war ziemlich cool. Ja, die sind ein anständiges Volk. Homo O'Grillian. Wir wurden dafür angeworben, nach Usbekistan zu reisen und sie auszulöschen. Wie sich rausgestellt hat, sind sie gar nicht so böse. Also haben wir sie mit nach Haus genommen. Ich bin froh, dass wir es getan haben. Habinger rief die Versammelten zur Ordnung. Es dauerte einige Augenblicke, bis die Gruppe verstummte. Anscheinend hatte sich die Neuigkeit über den Angriff samt der blutigen Einzelheiten schnell verbreitet. Julie saß neben ihrem Großvater, der das brandnarbige Gesicht zu einer angespannten Grimasse des Schmerzes und der Wut verzogen hatte. Ich konnte mir nicht vorstellen, was der Mann empfinden musste. Auch wenn man sich von seinem Kind distanzierte, weil es entsetzliche Untaten begangen hatte, es blieb immer das eigene Kind. Und nun hatte er diesen Sohn verloren. Habinger kam direkt auf den Punkt. Jeder weiß, was läuft und ihr habt alle davon gehört, was heute Nacht passiert ist. Ein ehemaliger Jäger ist tot. Ein aktiver Jäger wird vermisst. Wie sich herausgestellt hat, ist jemand von uns jetzt eine Meistervampirin in Diensten des Verfluchten. Wir haben eine Abmachung mit der Bundesbehörde. Ein Team begleitet deren Leute nach Nachi Bottoms, um sich mit den Hauptübeltätern zu befassen. Jeder verfügbare Jäger ist unterwegs. Sobald sie eintreffen, wird der Rest von uns in Gruppen aufgeteilt, um sich um die folgenden Ausbrüche von Untoten zu kümmern. Er zeigte auf eine Karte des Südostens, die an die Wand geklebt worden war. Sie präsentierte sich gesprengelt mit roten Reißzwecken. Dort haben wir überall bestätigte Fälle von Vampiren oder Unholden. Boones Team hat gerade mit einigen Neuerschaffenen in Atlanta aufgeräumt. Hat mir widerstrebt, auf ihn zurückzugreifen, weil einige seiner Männer noch vom Einsatz auf dem Frachter verletzt sind, aber sie haben sich der Herausforderung gestellt. Außerdem haben wir noch unbestätigte Berichte aus Florence, Tupelo, Dothan, Fyatt Will, Russell Will und Tempelis, obwohl es sich dabei auch um gewöhnliche Vermisstenfälle handeln könnte, aber wetten würde ich nicht darauf. Er verstummte kurz, um an seiner Zigarette zu ziehen. Bisher hatte ich ihn noch nie im Haus im Beisein der anderen Jäger rauchen gesehen, allerdings stand er vermutlich unter deutlich mehr Stress als sonst. Wenn die anderen Teams eintreffen, werden sie zu diesen Krisenherden geschickt. Hier sind wir in unserem Hoheitsgebiet, die Polizei vor Ort kennt uns also und hilft uns. Dasselbe gilt für die Nationalgarde. Hauptsächlich sind sie zum Sichern der Umgebung einzusetzen, aber falls ihr glaubt, ihr könnt ihnen vertrauen, teilt sie ruhig auch anders ein. Wir haben keine Zeit für Feinheiten. Wenn ihr also herausfindet, wo die Vampire schlafen, dann jagt den ganzen Ort in die Luft. Zum Pfählen und Zerstückeln ist keine Zeit. Falls sie in einer Mine sind, bringt sie zum Einstürzen. Falls sie sich in einem Gebäude verstecken, fackelt es ab. Leit euch bei Bedarf einen Panzer von der Nationalgarde aus. Falls sie irgendwo drin sind, dessen Zerstörung ihr nicht rechtfertigen könnt, dann tut, was ihr tun müsst. Von wie vielen Bedrohungen reden wir hier? Wollte Sam wissen. Potenziell von Hunderten. Darüber wurde von allen gemurmelt und geflucht, außer von den unerprobten Frischlingen, die noch keine echten Untoten gesehen hatten. Wir haben immer gedacht, Vampire wären eingeschränkt darin, wie viele Neuschöpfungen sie erschaffen können. Das war immer unsere Theorie dafür, warum sie nicht einfach jeden bloß beißen und uns überrennen. Wie es aussieht, haben wir uns geirrt, zumindest was die Meister angeht. Wir haben es hier mit mehreren verschiedenen Bedrohungen zu tun. Also lasst sie mich für euch aufschlüsseln. Irgendwie ist der Verfluchte in der Lage, Menschen als Unholde zurückzuholen. Dann haben wir zwei Arten von Vampiren, die gewöhnlichen Neuschöpfungen, wobei jemand bloß getötet wird und anschließend selbst als Vampir zurückkehrt und anscheinend eine stärkere, klügere Art. Die schaffen sie, indem das Opfer gebissen wird und etwas vom Blut und von der Macht des Meistervampirs erhält. Wie Dané? fragte ich. Der ehemalige französische Jäger war verblüffend schnell und im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte gewesen, im Gegensatz zu den animalischeren Kreaturen, als die sich die anderen Vampire präsentiert hatten. Höchstwahrscheinlich. Wir reden hier also von ein paar echt üblen Wichsern. Außerdem wissen wir, dass der Verfluchte auch Wasserspeier animieren kann, obwohl es keine Sichtungen seit jenen gegeben hat, die von Pitt und Julie erledigt worden sind. Niemand weiß, wie lange es dauert, eines von diesen Viechern zu erschaffen oder wie viele er von vornherein mitgebracht hat. Was haben wir? erkundigte sich Milo. Uns und die Frischlinge mitgezählt haben wir zwölf Teams von Jägern. Sechs Leute sind im Krankenhaus oder im Krankenstand. Insgesamt stehen uns siebzig Mann zur Verfügung, antwortete Julie. Einundsiebzig, meldete sich ihr Großvater vom Kopf des Tisches zu Wort. Er zog einen gepflegten S&W 1917 unter seinem Pullover hervor und legte ihn mit einem dumpfen Pochen auf den Tisch. Ich sitze während dieser Sache nicht bloß rum, Aber Opa, setzte Julie an, Wer hätte denn gedacht, dass ich überhaupt je so lange leben würde, Kind? Dieser alte Mann hier sehnt sich nach einem Kampf. Die Scheißkerle haben meinen Jungen umgebracht, auch wenn er selbst ein verrückter Spinner war. Monster töten keinen Shackle fort und kommen ungestraft damit davon. Das wäre schlecht fürs Firmenimage. Zweiundsiebzig, fügte Dorcas hinzu, deren großmütterliches Aussehen nicht recht zum stahlharten Klang ihrer Stimme passen wollte. Wer versucht, mich davon abzuhalten, kriegt mein Plastikbein zu spüren. Ich kann immer noch so gut wie jeder andere ein Maschinengewehr bedienen. Wir helfen, ertönte eine schotterknirschende Stimme von der Tür. Ich hatte gar nicht gehört, wie sich Skippy genähert hatte. Zehn Krieger, fünf Heiler, reiten in Schlacht, töten viele Feinde. Skippy, das müsst ihr nicht tun. Von deinem Volk gibt es so schon so wenige, sagte Habinger. Harp, Inger, uns verweigert Ehre von Schlacht, erwiderte Skippy. Durch das Visier seines Fliegerhelms klang seine Stimme noch verzerrter als sonst. Nein, natürlich nicht. MHIs Betriebsleiter senkte den Kopf. Mein Clan, dank dir für deine tapferen Krieger. Dann also insgesamt 87, fasste Julie zusammen. Gegen wahrscheinlich doppelt so viele starke Untote und wer weiß was sonst noch, verteilt von einem Winkel des Südens zum anderen. 88, meldete sich die Stimme des alten Mannes in meinem Kopf zu Wort. Ich wünschte, er würde damit aufhören. Es brachte mich regelrecht um den Verstand. Ich mochte einen merkwürdigen Job haben, aber das hieß noch lange nicht, dass es mir gefiel, Stimmen in meinem Kopf zu hören. Wer geht nach Natchy Bottoms? fragte Sam. Die Bundesagenten werden das Kämpfen übernehmen, also können wir sie die Muskeln sein lassen. Wir nehmen deshalb nur den Hint. Skippy fliegt ihn natürlich und eine Person kann vorne als Co-Pilot rein. So bringen wir noch acht Leute samt Ausrüstung unter. Ich komme mit. verkündete Julie. Nein, du bist verletzt und ich brauche dich hier, um die eintreffenden Teams zu koordinieren. Blödsinn, herrschte sie ihn an. Das ist eine persönliche Angelegenheit. Ich weiß und eben deshalb kommst du nicht mit, gab Habinger zurück. Falsch. Ich werde in diesem Helikopter sitzen, sonst kannst du meine Kündigung gleich jetzt und hier haben und ich fahre selbst hin. Julie erhob sich vom Tisch. Stell mich nicht auf die Probe, Earl. Sie wird dort sein und sie wird nicht ruhen, bis sie mich auch bekommt. Habinger nickte langsam. Die Zigarette baumelte von seinen Lippen. Also gut, gab er sich geschlagen. Julie, Sam, Milo, also mein gesamtes Team. Und Pitt? Er kennt die Bösen besser als jeder andere. Damit bleibt noch Platz für vier Freiwillige. Vergesst nicht, es wird vermutlich echt gefährlich. Höchstwahrscheinlich werden alle sieben Meistervampire dort sein, zusätzlich zu den Kräften, die der Verfluchte selbst besitzt. Ich komme mit, meldete sich Trip, womit er niemanden überraschte. Fühlst du dich dazu in der Lage? Wie jetzt? Deswegen? Er deutete auf sein ramponiertes Gesicht. Das sind bloß Kratzer. Ich bin dabei, erklärte Holly. Mir ist jede Gelegenheit recht, was umzubringen. Ich komme auch mit, bot Albert Lee an. Nein, deine Rippen sind immer noch angeknackst. Nichts für ungut, Lee, aber wenn überhaupt, übernimmst du die Unterstützung für ein lokales Team. Tut mir leid. Noch zwei. Dorcas zeigte auf. Oh, verdammt nochmal, nein, schlag dir das aus dem Kopf. Wenn Julie mitkommt, brauche ich definitiv dich hier für die Koordinationsarbeit. Wenn das erledigt ist, kannst du losziehen und dich umbringen lassen, so viel du willst. Langsam senkte die betagte Dame die Hand. Lee zeigte erneut auf. Mr. Harbinger, Sir, ich kann das. Ich fühle mich schon viel besser. Ich werde uns ganz sicher nicht aufhalten. Außerdem habe ich die ganze letzte Woche nichts anderes gemacht, als in den Archiven zu stöbern. Vielleicht habe ich dabei etwas erfahren, das hilfreich sein kann. Man musste unseren zerstörungswütigen Bibliothekar unweigerlich bewundern. Man brauchte echt Nerven, um sich gegen Harbingers überwältigende Präsenz zu stellen. Es war gar nicht mal ein richtiger Bruch, nur eine leichte Fraktur, und Gretchen hat mir irgendein Zeug gegeben und meint, ich sei einsatzbereit. Mit finsterer Miene überlegte Harbinger eine Weile. Na schön, Lee, du bist dabei. Ich könnte mitkommen, erklärte Julies Großvater. Sie sog hörbar die Luft ein. Allerdings fürchte ich, dass ich euch eher aufhalten würde. Von mehreren Seiten war ein erleichtertes Seufzen zu vernehmen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Harbinger dem Präsidenten des Unternehmens Anordnungen erteilen konnte. Bruder, sagte Skippy, Exelst, Edward, Ed, großer Krieger. Viel Ehre für Stamm, wenn geht. Der Typ mit den Schwertern? fragte Milo und gestikulierte, als schwinge er Schwerter um seinen Kopf. Ja, Ed mit Schwerter, er auch geht. Verdammt ja, sagte Sam, der hat's echt drauf. Damit ist der Helikopter voll, verkündete Harbinger. Er sah auf die Uhr. Hurleys Team sollte in Kürz im Fenster Cola eintreffen. Boone ist unterwegs nach Gadsden. Teilt die anderen nach Bedarf auf. Boss Dorcas weist die Frischlinge den Teams zu, die unterbesetzt sind. Ihr habt völlig freie Hand. Das war's. Für euch Frischlinge, die bisher noch nicht gekämpft haben, macht euch keine Sorgen. Ihr seid gut ausgebildet worden, ihr wisst, was zu tun ist. Bleibt bei euren Teamleitern und tut, was sie euch sagen. Ihr macht das schon. Und jetzt an die Arbeit. Die Welt zählt auf uns. Allen viel Glück. meldete sich Julie zu Wort. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich hab euch beigebracht, wie man kämpft. Macht mir keine Schande, mahnte Sam die Frischlinge. Alle erhoben sich vom Tisch und die Versammlung begann sich aufzulösen. Sam rief seinen Schützlingen noch einige letzte Anweisungen hinterher. Falls es hart auf hart kommt und ihr den Drang verspürt, aufzugeben, dann denkt dran, dass wir für die Scheiße verflucht gut bezahlt werden. Heute beenden wir die Sache, sagte Harbinger zu niemand Bestimmtem. Ich hoffte es. Wir hatten Donnerstagmorgen. Freitagnacht standen der Vollmond und das Ende der Welt bevor. Ich fragte mich, ob ich dann noch leben würde, um es mit anzusehen. Ich wartete im Gang auf Julie. Nervös stand ich vor der Wand mit den Gedenktafeln. Für Cherry Roberts war eine neue aufgehängt worden. Ich trug volle Panzerung und strotzte vor Waffen und Munition. Ich war kriegsbereit. Aber ich war nicht bereit für das, was ich als nächstes tun musste. Julie kam den Gang herunter, ebenfalls in voller Kampfmontur. Ihr M14 trug sie über einer Schulter, an ihrem Gurtzeug hatte sie eine Reihe angespitzter Pflöcke angebracht. Das lange Haar war unter ihrem Hockeyhelm verstaut worden und ihre Brille hatte sie durch ein hochbruchfestes Modell ersetzt. Sie wirkte zornig und entschlossen und weder Vampire noch verfluchte Eroberer würden sich ihr in den Weg stellen. Als sie mich erblickte, versuchte sie zu lächeln und versagte dabei kläglich. Hi Owen, hör mal, es tut mir leid, dass du vorher im Haus mit ansehen musstest, wie ich ausgeflippt bin und mir tut auch leid, dass ich dich angeschrien habe. Weißt du, es waren bloß ein bisschen viel Emotionen auf einmal für mich. Grant ist wahrscheinlich tot oder Schlimmeres. Mein Paar ist tot und ich hätte zwar nicht gedacht, dass es mir etwas ausmacht, aber das tut es. Und Ma, sie zuckte mit den Schultern. Ich weiß, erwiderte ich nur, falls Grant noch lebt, finden wir ihn. Und ich helfe dir bei der Sache mit Susan. Sie wechselte das Thema. Was machen deine Rippen? Pranks hat bei dir ja ordentlich hingelangt. Alles bestens, log ich. Sie schmerzten schon, wenn ich mich nur bewegte. Dazu hatte ich noch einen gewaltigen blauen Fleck am Hals, den mir ihre Mutter verpasst hatte. Wie geht's deiner Schulter? Gut, log sie. Ich grinste, was sie zum Lächeln brachte. Hör mal, Julie, ich wollte dir noch was sagen. Weißt du, nur für den Fall, dass es mich erwischt. Ich weiß, fiel sie mir verlegen ins Wort und red nicht so. Ich fasste nach unten und berührte ihre Hand. Äußerst zögerlich nahm ich sie in die meine. Ich, ich, sie drückte meine Finger. Ich weiß, wirklich, aber damit kann ich mich jetzt nicht auseinandersetzen. Dafür geht zu viel anderes vor sich. Und überhaupt, wir werden diese Geschichte ja beide überleben, richtig? Ich blickte zu Boden. So sicher wie sie war ich mir da nicht. Die anderen hatten die Macht des Verfluchten nicht so gespürt wie ich. Sie verstanden das Böse nicht wirklich, das ihn beseelte. Mich plagte das üble Gefühl, dass wir nicht gewinnen würden. Julie beugte sich dicht zu mir und küsste mich auf die Wange. Danke, sagte sie. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Okay, erwiderte ich. Da ich kein besonders wortgewandter Mann bin, war das alles, was ich zustande brachte. Ihr musste klar gewesen sein, was sie getan hatte. Trotzdem entfernte sie sich nicht von mir. Stattdessen kam sie mir sogar noch näher. Einige Sekunden lang verharrten wir so und wussten beide nicht, was wir sagen sollten. Siehst du das? Sie nickte in Richtung des Schilds über der Gedenkwand. Kannst du Latein? Nein. Mir war das Schild an meinem ersten Tag hier aufgefallen, aber ich hatte nicht verstanden, was es bedeutete. Sigt transit gloria mundi. Sie erklärte es mir. Wenn sich Cäsar an sein Volk wandte in all seiner Pracht, mit all seinem Ruhm, seinen Armeen und seinem Reichtum, stand immer ein Beamter in seiner Nähe, der ihm dieses Sprichwort ins Ohr flüsterte. Es bedeutet so viel wie der Ruhm eines Menschen ist flüchtig. Weißt du, warum wir das hier aufgehängt haben? Weil wir jederzeit getötet werden können? fragte ich. Damit wir demütig bleiben? So ziemlich. Spitzenphilosophie. Ist es wirklich? Es bedeutet, dass wir all unseren Ruhm, alles, was wir vollbracht haben, besser jetzt genießen sollten, denn wir sind immer nur einen Herzschlag davon entfernt, alles zu verlieren. Wir leben intensiv und in der Regel sterben wir jung, aber solange es andauert, ist es ohne Frage toll. Monsterjäger haben keine Zeit zu vergeuden. Was willst du mir damit sagen? Für ein Genie bist du echt nicht besonders heller, was? Julie stand dicht bei mir, Panzerung an Panzerung. Sie drehte leicht den Kopf und schloss die Augen. Halt einfach die Klappe und küss mich. Ich tat wie mir geheißen. Es war herrlich. Ich nahm sie in die Arme, unsere Waffen klirrten aufeinander. Die Zeit hörte auf zu existieren. Das gesamte Universum bestand nur noch aus ihr und mir. Das Leben war schön. Der Kuss schien ewig anzudauern. Ähm. Mit einem Ruck löste ich mich von ihren weichen Lippen. Zeit zu gehen, Kinder, sagte Habinger, als er an uns vorbeilief. Der Helikopter ist soweit. Die Bundesagenten sind bereits unterwegs. Ja, Boss, stieß ich zutiefst verlegen hervor. Wir kommen gleich, Earl, sagte Julie, die errötet war. Sie wartete, bis er verschwand. Ich muss mich kurz setzen. Ich will nicht, dass du das Gefühl hast, ich würde die Situation mit deinen Eltern und Grant und so ausnutzen, stammelte ich. Sie küßte mich erneut, diesmal kürzer. Es hat rein gar nichts mit ihnen zu tun. Red nicht davon. Jetzt sollten wir aber besser los. Klar. Ich wollte sie nicht loslassen. Geh schon mal, ich muss noch was holen. Ich komme gleich nach. Wir lösten uns voneinander. Sie lächelte. Ich grinste wie ein Idiot. Als ich losging, schaute ich über die Schulter zurück. Sie tat dasselbe. Schließlich musste ich es aufgeben, als ich schmerzlich in den Trinkbrunnen lief. Ich winkte albern. Sie verschwand um die Ecke. Ich beschleunigte die Schritte, bis ich rannte. Ich konnte nicht anders. Ich überholte Harbinger, preschte durch die Doppeltür hinaus, rannte die paar hundert Meter zum Rollfeld, ohne langsamer zu werden, hechtete durch die offene Tür des Hint und nahm Platz. Milo und Sam saßen mir gegenüber, bereits angeschnallt. Mit einem Grinsen streckte ich ihnen den erhobenen Daumen entgegen. Lasst uns ein paar Monster um die Ecke bringen, brüllte ich über den Lärm der Rotoren. Die beiden erfahrenen Jäger sahen einander nur an und zuckten mit den Schultern. Der ferne Himmel im Osten verfärbte sich allmählich orange. Bald würde die Sonne aufgehen. Es würde ein großartiger Tag werden. Ich spürte es. Wir hoben ab und flogen mit über 180 Stundenkilometern Richtung Nordwesten. Selbst bei dieser Geschwindigkeit hatten wir zwei Stunden Flugzeit vor uns. Ich setzte mich neben Julie. Sie hatte mir zugezwinkert, als sie sich anschnallte, aber sie hatte nichts gesagt, was die anderen hören konnten. Harbinger musterte uns mit steinerner Miene, doch nach einigen ereignislosen Minuten nutzte er die Gelegenheit, um ein wenig zu schlafen. Trip und Holly starrten aus gegenüberliegenden Fenstern und schienen ihren Gedanken nachzuhängen. Milo und Sam diskutierten darüber, was Sams neues Teamlogo werden sollte. Ein Frosch oder ein Walross? Welches Tier es auch werden sollte, es würde einen Cowboyhut tragen. Lilas ein Buch, bis ihm fürchterlich schlecht wurde, dann schlief auch er. Skippy spielte diesmal keine Musik über die Gegensprechanlage, vermutlich aus Respekt vor der frühmorgendlichen Stunde, wenngleich der Triebwerkslärm in der Kabine ohrenbetäubend genug war. Sein Bruder Ed saß auf dem Co-Pilotensitz. Abgesehen von der getönten Bolle, Sonnenbrille erinnerte seine Aufmachung an die eines Ninjas. Als uns niemand beobachtete, fasste Julie herüber und ergriff meine Hand, die sie den Großteil des Flugs nicht mehr losließ. Ich wusste nicht, ob sie für mich dasselbe empfand, wie ich für sie. Logisch betrachtet kannte sie mich kaum, zudem war ihre Welt in den vergangenen 24 Stunden auf den Kopf gestellt worden. War diese plötzliche Zuneigung für mich eine Folge der Gefühle, die sie bereits gehegt hatte, oder rührte sie daher, dass sie so etwas wie einen Anker brauchte? Mir war beides recht. Ich konnte damit leben, ein Anker zu sein. Schwer genug war ich dafür, ja. Scheiß auf die Logik. Für die gab es in Beziehungen ohnehin keinen Platz. Ich genoss es einfach, ihre Hand zu halten. Das rhythmische Wummern des Helikopters ließ mich müde werden. Verständlich, immerhin hatte ich in der vergangenen Nacht kaum geschlafen. Und sie war anstrengend gewesen, um es milde auszudrücken. Streichen wir das. Es war eine anstrengende Woche gewesen. Am Samstag war ich beinahe ertrunken. Man hatte auf mich eingeprügelt und auf mich geschossen. Am Sonntag hatte ich wieder prügelbezogen und einige Zähne verloren. Am Montag war ich beim Zahnarzt, was sich so traurig es sein mag, als die erholsamste Zeit der ganzen Woche erwiesen hatte. Der Dienstag hatte einen Autounfall und schwere Schürfwunden mit sich gebracht. Und letzte Nacht war ich erst von einer Vampirin vermöbelt und dann von Agent Franks als Sandsack missbraucht worden. Wer konnte sagen, was mir der heutige Tag bescheren würde? Interessanterweise würde Freitagnacht Vollmond herrschen. Genau eine Woche, nachdem alles begonnen hatte. Irgendwie schimmerte bei all dem eine bemerkenswerte Symmetrie durch. Noch vor einer Woche war ich bereit gewesen, aufzugeben. Ich hatte gefürchtet, ich könnte das Falsche tun. Ich hatte mich vor der Gewalt gefürchtet, die ich in mir einsperrte. Aber genau sie, genau diese Dunkelheit, hatte viele von uns in den vergangenen Tagen am Leben erhalten. Mein Streben nach einem gewöhnlichen Lebenswandel war eine Lüge. Mittlerweile erkannte ich das. Mein Platz war hier. Ich war ein Monsterjäger. Als wir über Hainwheel hinwegflogen, schlief ich bereits. Ich sah den geheimnisvollen Tätowierten. Er fuhr ein Auto, die nahezu verwaiste Schnellstraße entlang. Neben ihm saß der Vorbesitzer des Fahrzeugs, das Genick gebrochen wie ein morscher Zweig, als der Tätowierte entschieden hatte, dass er ein Transportmittel brauchte. Sein nackter Fuß stand auf dem Gas, aber er blieb knapp unter der Geschwindigkeitsbegrenzung, um kein Aufsehen zu erregen. Schwarze Augen blickten starrgerade aus in die Richtung seines Ziels. Abwesend trommelte er mit den Fingern auf dem Lenkrad. Er befand sich nah. Sehr nah. Die Vorfreude darauf, den seiner Obhut anvertrauten Gegenstand zurückzuerlangen, war groß, und die nahende Schlacht erfüllte seine uralte Seele mit wachsender Erregung. Er wusste, dass ich ihn beobachtete. Mittlerweile war er dafür nah genug. Die Tätowierungen in seinem Gesicht wandten sich, als er sprach. Er wusste nur allzu gut, dass ich ihn ungeachtet der Hürden von Raum und Zeit hören konnte. Ein starker Akzent prägte seine schleppende, archaische Ausdrucksweise. Einerlei ist mir dein Krieg. Zu hüten, das Artefakt ist meine Pflicht, und ich werde sie erfüllen. Wer bist du? dachte ich. Betrachte mich und sieh dein Verderben, Verdammter. Sterben sollst du durch meine Hand. Warum? Er verstummte kurz. Die unnatürliche Tinte kräuselte sich durch seine rauen Züge. Meine Frage schien ihn zu überraschen. Du weißt es nicht? Nein. Du weißt nicht um dein Los, um deinen Platz auf dieser Welt. Nö, er lachte mich aus. Es war ein volltönendes, herzliches Lachen, allerdings ohne echte Emotionen, denn jegliche menschlichen Gefühle, die dieses abgehärtete Wesen einst beseelt haben mochten, waren vor langer Zeit verflogen. Das Gelächter schien eher eine tief verwurzelte, instinktive Reaktion darauf zu sein, etwas anscheinend so Lächerliches zu hören. Gewiss musst du ein wenig Kenntnis besitzen. Nein, ich bekomme den Kanal allmählich selbst ziemlich voll von dieser Scheiße. Dann wird es mich betrüben, das Leben eines Kriegers zu nehmen, dessen Herz ohne arg ist. Aber ach, leider muss es sein. So sehr es mich dauert, sterben musst du durch meine Hand. Doch schnell und ruhmreich soll es geschehen, so es mir möglich ist. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Du hast keine Wahl, erklärte er schlicht. Dies ist meine Pflicht. Ich hatte die Schnauze voll von Menschen und Monstern, die drohten mich umzubringen. Dann nur Zupisser. Ein breites Grinsen teilte seine Züge. Gleichzeitig bildeten die wirbelnden Kringel einen mitfühlenden Ausdruck um seine Lippen. Ah, das deuchte mich, Kampfesgeist zu sein. Wir werden eine feine Schlacht ausfechten. Er fuhr weiter, während mein Geist aus dem rollenden Fahrzeug aufstieg. Die Sonne ging hinter uns über der Schnellstraße auf. Ich erkannte die Stadt im Hintergrund. Montgomery, die Traumwelt. Hallo, Junge, begrüßte mich der alte Mann, als ich mich der zerstörten Kirche näherte. Schnell, schnell, Zeit ist viel knapp. Letzte Mal abgeschnitten. Er wirkte aufgewühlt, humpelte auf mich zu und benutzte im leichten, aber rutschigen Schnee den Stock als Stütze. Mordecai, wer zum Geier war, dieser Witzbold? fragte ich ihn, als ich über Geröll und versprengte Ziegel hinwegstieg. Entweder war es mir zuvor nicht aufgefallen, oder der alte Mann hatte es früher nie so dargestellt, aber auf dem Boden und im Schnee lagen tausende Patronenhülsen verstreut. Wer, gab er verdutzt zurück, dieser große Kerl mit der tätowierten Fresse, der Hüter des Artefakts oder so. Er eilte zu mir, das Gesicht zu einer besorgten Mine verzogen. Du mir diesem Mann sprichst? Ja, gerade eben, hast du ihn nicht gesehen? Nein, er schüttelte den Kopf, sein Davidstern hüpfte wild auf seiner schmalen Brust. Er hier ist, jetzt? Der alte Mann klang zunehmend beunruhigter. Glaube schon, ich denke, er ist in Montgomery. Ist schlecht, viel, viel schlecht. Er sagt, er muss mich töten. Davor ich gehabt Angst. Höring, Junge, du bist tapfer und stark, aber ihn nicht gewachsen. Er kommt durch den Weg. Nur um das klarzustellen, du hast kein Problem damit, dass ich's mit dem Verfluchten, sieben Meistervampiren, Wasserspeiern, Unholden und wer weiß, was noch aufnehme, aber du willst, dass ich den Schwanz einziehe und das Weite suche, wenn ich diesen Freak mit der tätowierten Visage sehe, der so komisch redet? Ja, glücklich nickte er. Froh, du verstehst, Junge. Jetzt komm, Zeit kurz und du viel musst sehen. Ich tue was kann, aber ich nicht weiß, ob Zeit genug. Warum ist er so gefährlich? Wie kann er gefährlicher sein als Lord Machado? Der alte Mann hielt die Hände neben meinen Kopf. Nicht er gefährlich. Ich besorgt über du, der ist gefährlich. Hä? Er drückte meinen Kopf und sah mir in die Augen. Ich glaube, er versuchte mir zu vermitteln, wie ernst er seinen Rat meinte, egal, du ihn siehst, du renn. Nicht stark genug für kämpfen, schlimme Dinge passieren, jetzt still. Viel Erinnerung müssen zeigen vor Kampf. Die Traumwelt verblasste. Lord Machados Erinnerung für diese Nacht zeichnete sich scharf und klar ab, tief in sein Gedächtnis eingebrannt. Diese Pyramide war wesentlich größer als die anderen. Aber in der fernen Vergangenheit von Erdbeben und Mugen teilweise vergraben und dann größtenteils vom Dschungel zurückerobert worden. Die Steine bröckelten vor Alter und die einst kunstfertigen Meißelarbeiten waren dermaßen verwittert, dass man sie kaum noch erkennen konnte. Die Bilder sahen mittlerweile mehr nach Tintenfisch und Krabbenkreaturen aus, als nach den symbolischen Menschen, die sie einst dargestellt haben mussten. Die verbliebene Architektur mutete irgendwie fremdartig an. Viele Monate waren verstrichen, seit mich die Priesterin in ihre dunklen Künste eingeweiht hatte. Ich hatte viel gelernt und Dinge gesehen, die nicht für menschliche Augen bestimmt waren. Ich hatte mit dunklen Kräften verkehrt und meine Ausbildung hatte sich fortgesetzt, bis ich mich letztlich bereit fühlte, die Macht zu entfesseln. Für mich war die Zeit gekommen, mein Geburtsrecht einzufordern und die Prophezeiung zu erfüllen. Ich war soweit. Die Priesterin Khorinia befand sich an meiner Seite. Ein kleines Kontingent von Priestern, die sie ausgewählt hatte, ging die Stufen hinauf voraus. Eine Gruppe meiner vertrauenswürdigsten und loyalsten Soldaten blieb hinter uns zurück, um den Sockel der Pyramide zu bewachen. Die Priesterin beugte sich dicht zu mir und sprach leise in mein Ohr, »Eure Männer haben Angst, Lord Machado.« »Sie verstehen nicht, was wir machen. Aber sie sind loyal. Sie werden tun, was ihnen gesagt wird. Sie würden mir sogar in die Hölle folgen, wenn ich es ihnen auftrüge, denn ich bin ihr General, und sie kennen ihren Platz.« »Das ist gut.« »Aber nicht all eure Soldaten sind so loyal. Niemand weiß etwas über den Verbleib eures obersten Hauptmanns.« Sie klang etwas besorgt. »Wir können uns während der Opferung keine Störung erlauben.« »Die Alten wären beleidigt.« Ihre Besorgnis war begründet. Eine kleine Gruppe meiner Leute unter Führung eines meiner besten Hauptmänner war verschwunden, hatte höchstwahrscheinlich desertiert. Der Hühne von einem Mann namens Trall hatte sich der Expedition als Söldner angeschlossen. Er stammte aus einem kleinen Land im Nordosten und hatte bei unserem Aufbruch kaum unsere Sprache beherrscht, sich jedoch als unerschrockener Krieger erwiesen, dem die Männer ohne Zögern folgten. Ich hatte damit gehadert, ihn zu befördern, aber er war viel zu fähig gewesen, um ihn als gemeinen Musketier zu verschwenden. Leider nahmen sich meine eigenen abergläubischen Männer auf Grund seiner primitiven Herkunft im Vergleich zu ihm wie Philosophen aus. Er hatte sich gegen meine ursprüngliche Zwangsrekrutierung der eingeborenen Streitkräfte ausgesprochen, und er war entschieden dagegen gewesen, in der Stadt zu bleiben, statt sie zu plündern und niederzubrennen. Ich hegte den Verdacht, dass er mit dem mittlerweile verstorbenen Bruder de Sousa unter einer Decke gesteckt hatte. Die Weissagungen der Priesterin hatten seinen Verrat und den Umstand bestätigt, dass er bei seinem vergessenen Volk ein heiliger Mann gewesen war. Zweifellos hatte ihn mein Umgang mit dunklen Kräften vertrieben. Es würde keine Rolle spielen, selbst wenn der Hauptmann zum Meer geflohen sein sollte. Bis es ihm gelingen könnte, eine Nachricht meines Verrats zu den Vertretern der Krone zu senden, wäre es zu spät. Meine Macht sollte mir in dieser Nacht gewährt werden. Kein Grund zur Sorge, meine Liebste. Der gute Hauptmann stellt keine Bedrohung für uns dar. Ich hatte eine Truppe von Soldaten und Zwangsrekrutierten losgeschickt, um die Deserteure zu jagen und hinzurichten. Es ist alles unter Kontrolle. Hervorragend, Herr. Aber nur für den Fall, dass es notwendig sein sollte, habe ich für unsere Zeremonie heute Nacht einige Beschützer gerufen. Die Spitze des uralten Bauwerks war flach, abgesehen von einem erhöhten Podest. Der Altar besaß einen Trichter, der aus seinem Sockel ragte und seine dunkle Vergangenheit andeutete. An den Ecken waren riesige Feuerschalen mit flammenden Kohlen aufgestellt worden, die uns mit flackerndem Licht erhellten. Die heidnischen Priester nahmen sofort ihre jeweiligen Plätze ein. Große Steindämonen kauerten rings um den Altar. Eine der gemeißelten Statuen drehte den Kopf und betrachtete uns mit ausdruckslosen Steinaugen. Staub rieselte von ihrem Körper, als die unnatürlich langen Arme ebenso unnatürliche Muskeln anspannten. Es war eine mächtige Kreatur. »Was für Geschöpfe sind das?« zischte ich. »Sie sind hier, um euch zu beschützen, Lord Machado. Sobald ihr die Macht der Alten entfesselt, werdet ihr selbst in der Lage sein, nach Belieben solche Wesen zu erschaffen.« Die Steinkreatur wandte sich ab, als sie erkannte, dass ich ihren neuen Herrn verkörperte. Ich konnte mir nur vage die Armee vorstellen, die ich mit Geschöpfen aus dem Mutterfels der Erde befehligen konnte. Eine kleine Gruppe der in Federgewänder gekleideten Männer wartete bereits vor dem Altar. Sie traten beiseite und knieten nieder, als wir uns näherten. Eine der Priester sagte etwas in seiner Sprache zur Priesterin. »Das Opfer ist bereit, Herr«, teilte sie mir mit. Ein junger Mann lag ausgestreckt auf dem Altar, die Hand- und Fußgelenke mit dicken Seilen gefesselt. Stattängstlich wirkte der Mann eher trotzig. Er sagte etwas in dieser seltsamen Sprache. Ich merkte, dass er mich verfluchte. Er ist ein Jäger der Evai Panoma, des Dschungels und der Ahu-Zeutel der Flüsse. Ein Beschützer der Unschuldigen, ein großer Krieger. Die Alten verlangen ein solches Opfer. Was muss ich tun? Mein Finger wanderte den abgegriffenen Holzschaft meiner Axt hinab. Ich würde diesem Monsterjäger zeigen, was sich von seinen Verwünschungen hielt. Seid ihr bereit, mein Herr der Axt? Seid ihr bereit, ein Gefäß der Macht der Alten zu werden? Ich bin bereit, meinen rechtmäßigen Platz als Herrscher dieser Welt einzunehmen. Sie sah mir in die Augen. Die Welt verdichtete sich auf nur uns beide. Die Sprechgesänge der Priester, die Flüche des Jägers und das Geschrei aus dem Dschungel wurden ausgesperrt. Ihr seid derjenige, der vorhergesagt wurde. Krieger. Sohn eines großen Kriegers, dessen Name von der Waffe stammt, die das Blut der Feinde eurer Familie vergossen hat. Entsandt von einem König auf eine unmögliche Mission. Ein Anführer, ein Visionär, ein Verbündeter der Finsternis. Sie streichelte meine Wange, während ich mir die Prophezeiung des schwarzen Obelisken ins Gedächtnis rief. Und der Monster. Sie deutete auf die grobschlechtige Dämonengestalt, die über uns wachte. Ihr seid wahrhaftig der Auserwählte. Fünfhundert Jahre nach dem Letzten. Fünfhundert Jahre vor dem Nächsten. Und der Einzige in tausend Generationen der Menschheit mit dem Schlüssel zur Entfesselung der Macht über die Zeit. Da ist nur noch eine Sache. Was? Die Alten haben gesagt, ihr müsst Liebe haben. Sie schmiegte sich eng an meine Rüstung, wie ein Parasit oder wie Rankenkrebse am Rumpf eines Schiffs. Nun brauchte sie mich mehr als ich sie. Sagt er, ist dem so? Selbstverständlich, antwortete ich wahrheitsgemäß. Ich liebte sie so sehr wie ein praktisch denkender Mensch, wie ich etwas lieben konnte. In der dunklen Priesterin hatte ich jemanden gefunden, der mir an Ehrgeiz und an Verlangen nach Herrschaft ebenbürtig war. Wenn die Alten eine schwache Empfindung brauchten, um die Geheimnisse unübertrefflicher Macht preiszugeben, konnte ich mir dafür Schlimmeres als das liederliche böse Geschöpf vor mir vorstellen. Sollte ich sterben, würdet ihr für mich zurückkehren? Würdet ihr mich von der anderen Seite zurückholen? Wollte sie wissen. Ihr allein werdet die Macht dazu besitzen, aber ihr werdet mein Geleit brauchen, um sie zu nutzen. Das stellte natürlich ihren Schlüssel dazu dar, in meiner Gunst zu bleiben. Die Alten hatten mir ihre Geheimnisse nicht so offenbart wie ihr. Mir hatten sie nur einen flüchtigen Blick in die Finsternis und einen Vorgeschmack ihrer unvorstellbaren Herrschaft gewährt. Ich brauchte ihr Geleit. Ich gebe dir mein Wort, Corinia. Solange ich lebe, werde ich dich nicht vergehen lassen. Und hiermit, ich zog den Beutel von meinem Gürtel, hole ich dich zurück, solltest du sterben. Die Priesterin lachte, was an den schrillen Ruf einer Harpie erinnerte. Dann lasst uns die Zeremonie beginnen, Herr. Die Priester und Hexer bildeten eine Kette um den Altar. In der Mitte blieben Corinia, der gefesselte Jäger und ich selbst zurück. Ich wurde angewiesen, das Artefakt aus dem Beutel zu holen und auf die Steine zu legen. Kälte schoss meinen Arm hinauf, als ich mein Handschuh um die kleine, rechteckige Kassette schloss. Sie widerspiegelte das Mondlicht nicht, sondern schien es gierig aufzusaugen, wodurch eine größere Dunkelheit entstand, als möglich war. Zum ersten Mal zeichneten sich auf der schwarzen Oberfläche Symbole ab. Sie begannen zu glühen und gewannen an Kraft, sich windende Ranken scheinbar lebendig, suchend. Ich legte die Kassette in die Nähe des Kopfes des gefesselten Jägers. Er brüllte und bespuckte mich, aber seine Worte gingen im stetig anschwellenden Brummen des Sprechgesangs der Priester unter. Die Kälte in meinem Arm verflüchtigte sich nicht, sondern breitete sich weiter in mein Innerstes aus, brachte mein Blut zum Gefrieren und bildete in meinen Lungen Kristalle aus Eisdampf. Die Priesterin betrachtete den Mond. Die Zeit ist reif. Ich muss die Alten in ihrer Sprache rufen. Wenn ich damit fertig bin, entnehmt ihr dem Opfer das Herz, trinkt etwas von seinem Blut und vergieß den Rest über das Artefakt. Ich zog meine Streitaxt von meinem Rücken, entfernte die Lederhülle von dem uralten geschärften Blatt und warf sie beiseite. Der Schaft war vor Gebrauch glatt poliert, mit Eisenbändern verstärkt und im Laufe der Generationen unzählige Male getauscht worden. Das Blatt bestand aus einem unbekannten Metall, das sich wie edelster Stahl schärfen ließ und doch irgendwie seit der Zeit Alexanders im Besitz meiner Familie überdauert hatte. Es hatte viele Leben genommen, und das Opfer in dieser Nacht würde nur ein weiteres werden, wenngleich die Axt noch nie bei einem so finsteren heidnischen Ritual benutzt worden war. Für mich würde es keine Umkehr geben, keine Vergebung. Nach dieser Nacht würde ich nie zurückschauen oder den dunklen Pfad verlassen können, auf dem ich wandelte. Mein Volk, mein Land und mein Gott würden mir die Taten, die zu begehen ich im Begriff war, niemals verzeihen. Dann sollte es eben so sein. Ich drehte die tödliche Waffe in den behandschuten Fäusten. Ich bin bereit. Die Priesterin begann mit tiefer, kehliger Stimme zu sprechen. Irgendwie erzeugte sie Töne, die normalerweise nicht von menschlichen Wesen hervorgebracht wurden, und das in Tonlagen, die nicht dafür gedacht waren, von sterblichen Ohren gehört zu werden. Wirbelnde schwarze Wolken zogen über die Pyramide, bewegten sich schneller als die wildesten Stürme auf See vorbei. Blitze schlugen ringsum in den Dschungel ein. Donner erscholl und heilte von den Bergen zurück, Ohren betäubend in seiner Wut. Regentropfen der Größe von Säuglingsfäusten prasselten in einem heftigen Schwall auf uns herab. Binnen weniger Augenblicke war die Pyramide völlig durchnässt, und Sturzbäche von Wasser ergossen sich die Stufen hinab. Die Erinnerung wurde zerfahren, und die Grundfesten der Erde bekamen Risse. »Du das nicht anhörst«, blüsterte der alte Mann. »Warum?« »Ist bestes so. Nicht solche Sachen haben in den Kopf. Machen wahnsinnig.« Die Erinnerung raste unmöglich schnell vorüber. Die Zeremonie ging weiter. Die Priester machten dunkle Zeichen. Die Priesterin setzte ihre unbeschreibliche Litanei fort. Dann lief die Zeit wieder normal. »Beser.« »Jetzt nicht Würmerfressen, dein Gehirn. Wen wachst du auf?« »Nun nehmt sein Herz und labt euch an seinem Blut«, brüllte die Priesterin über das Tosen des Wind und des Regens. Mittlerweile schwebte das Artefakt einige Zentimeter über dem Stein. Es sog alles verfügbare Licht auf und schien mit jedem Blitzschlag zu pulsieren und anzuschwellen. Die eingeritzten Symbole hatten sich vom Artefakt gelöst und kräuselten sich in der Luft, wuchsen und drehten sich, knisterten vor dunkler Energie. Der Jäger begegnete meinem Blick. Er war über Angst hinaus und bereit für seinen Tod. Ich ließ die Waffe auf die Mitte seiner Brust hinabschnellen, durchtrennte die Muskeln und brach das Brustbein. Bevor das Blatt sein Herz erreichte, bremste ich den Hieb. Ich vermochte, meine Axt mit chirurgischer Präzision zu führen. Der Jäger schrie vor Schmerz. Ich drehte die Klinge und benutzte den Griff als Brechstange. Die Rippen brachen und ich zog die Axt heraus. Er lebte noch, als ich in die Brusthöhle fasste, mir den Weg durch das restliche Fleisch und die aufquellenden Flüssigkeiten bahnte und sein schlagendes Herz ergriff. Es pulsierte, als ich die Faust herumschloss und daran zog. Der Jäger brüllte und zuckte, als ich das Herz herausriss. Trinkt, befahl die Priesterin. Nein! Ich löste mich von der Vision. Du schauen musst, beharrte der alte Mann. Lernen musst du. Nicht diesen Teil scheißen, nein! Gut, Junge, dann noch Hoffnung für dich. Ich warf das noch warme Herz beiseite. Im Mund hatte ich den Geschmack von Kupfer und mein Magen krampfte sich angesichts der unvertrauten Empfindungen zusammen. Die Flüssigkeiten, die ich über das Artefakt vergossen hatte, waren scheinbar verschwunden, aufgesogen und an einen anderen, dunkleren Ort übertragen. Inzwischen drehte sich das Artefakt. Die schwarzen Ranken der Macht umschwirrten es wie Bänder und wandten sich dabei wie Schlangen. Nur noch eins bleibt zu tun, Herr, sagte die Priesterin. Dann gehört die Macht über die Zeit euch. Sag mir, was ich tun muss, brüllte ich in den Sturm. Ich war meinem Ziel so nah. Die Donnerschläge setzten sich fort, doch meine kampferprobten Sinnen nahmen ein anderes Geräusch wahr. Die Explosionen von Schießpulver. Ihr müsst den Letzten... Jä verstummte sie und blickte überrascht nach unten. Korinir fasste sich mit einer zierlichen Hand zwischen die Brüste und betastete sich dort mit den Fingern. Ihre Hand löste sich von einem Loch, aus dem ein Rinnsal von Blut ihre vom Regen durchtränkten Gewänder hinablief. Ich drehte mich um und sah, wie Gestalten in Rüstungen über dem oberen Rand der Pyramide auftauchten. Die meisten Lundenschlösser zündeten nicht, da der heftige Regen das Pulver durchnässt oder die rauchenden Lunden gelöscht hatte. Deshalb benützten die Männer die Waffen als Knüppel. Hauptmann Trall führte den Angriff an. Sein Schwert sauste herab und schlug einen der Priester in zwei. Hinter ihm folgten all seine Männer, und überrascht stellte ich fest, dass sich auch viele derjenigen unter ihnen befanden, die ich zur Verfolgung der Deserteure losgeschickt hatte. Sogar meine loyalsten Soldaten, die zur Bewachung der Pyramide unten geblieben waren, hatten sich gegen mich gewandt. Die Dämonen erhoben sich und wankten in das Kampfgeschehen, fegten die Eroberer mit schweren Steingliedern beiseite. Die Szene verkam zu einem wilden Gewirr, während der Regen weiter herabprasselte und die Blitze unaufhörlich über den Himmel zuckten. Das Artefakt drehte sich nach wie vor in seinem Geflecht schwarzer Ranken. »Corinia!« brüllte ich, als die Priesterin auf die Knie sank und Blut aus dem offenen Mund erbrach. Ich kauerte mich neben sie und fing sie auf, bevor sie mit dem Gesicht voraus auf den Daumen vor dem Mund starb sie. Ihre Augen rollten blicklos nach oben. »Nein! Nein! Verdammt sollst du sein! Verdammt sollt ihr alle sein!« schrie ich, als ich ihre seelenlose Gestalt in das strömende Wasser fallen ließ. Meine Pläne waren vereickelt. Ohne die Priesterin wusste ich nicht, wie ich mit den Alten in Verbindung treten sollte. Ich hatte Verrat an allen begangen, mein Kommando weggeworfen, meinen Rang als General weggeworfen, alles umsonst. Vor Wut und Hass heulte ich auf. Ich musste das Artefakt erreichen. Plötzlich wurde die Erinnerung lückenhaft, der Ablauf ruckartig. »Gebietet im Einhalt! Tötet den General!« brüllte Hauptmann Trall. Er kämpfte gegen einen der furchterregenden Dämonen. Durch seine große Kraft gelang es ihm, die Kreatur rückwärts über den Rand der Pyramide zu stoßen. »Tötet ihn!« schrie der Hühne mit der Wut eines Berserkers. Soldaten setzten sich in Bewegung, um mir den Weg abzuschneiden. Ich erledigte einen von Koriniers Priestern, der blindlings vor mich stolperte. Meine Axt summte durch die gewaltigen Wassertropfen, als ich in die Menge wartete. Die Soldaten wichen vor der Raserei meines Vormarschs zurück. Meine Haut fühlte sich wie Eis an. Meine Axt bewegte sich so schnell wie die Blitze. Ich konnte die Macht des Artefakts spüren. So nah, so unvorstellbar nah. Ich schlug einem Soldaten den Schädel ein und stieß ihn beiseite. Eine Schwertspitze schabte über meine Rüstung, als ich zurücktrat und den Mann in den Boden rammte. Blut tropfte vom Blatt meiner Axt, als ich es aus ihm zog. Zorn durchströmte mich in Wellen. Wie konnten es diese Männer wagen, mich nach allem, was ich für sie getan hatte, zu verraten? Ich schwang weiter die Axt, tötete und verstümmelte mit jedem Streich. Zuckende Glieder und verschwommene Schwertklingen umgaben mich, als ich tot über meine neuen Feinde ausschüttete. Schmerz schoss durch meinen Oberschenkel, als eine Klinge in mich stach. Ich befreite mich davon und spaltete dem Soldaten das Gesicht. Das Wasser strömte rot vor Blut die Seiten der Pyramide hinab. Im Hintergrund waren der alles lichtverschlingende Altar und die sich drehenden schwarzen Ranken so nah. Ich musste sie erreichen. Scharfer Stahl schnitt durch meinen Rücken, durchbrach die Kettenschicht und spritzte mein Blut in den Regen. »Nein!« brüllte ich, wirbelte herum und streckte den Soldaten nieder, der es gewagt hatte, mich zu treffen. »Ihr könnt mich nicht töten!« Die Macht des Artefakts erfüllte mich. Mit einem mächtigen Streich machte ich zwei weiteren Gegnern den Gar aus. Meinem Fleisch wurden neue Wunden hinzugefügt. Ich fiel auf die Knie, trotzdem kämpfte ich weiter. Ich hackte einem Soldaten das Bein ab und gab ihm den Rest, als er auf dem Boden aufschlug. Das war alles. Ich stemmte mich hoch. Langsam. Zittrig. Blutend aus zahlreichen Stich- und Schnittwunden. Dutzende Leichen lagen über die Spitze der Pyramide und die Stufen verteilt. Meine Soldaten, meine Landsmänner, alle tot oder im Sterben. Einige Meter entfernt zerbröckelte der letzte Steindämon und löste sich in den Strömen von Blut und Regen auf. Hauptmann Trall kniete auf seinem Rücken, das zerbrochene Schwert noch in der Hand. Seine mächtige Brust hob und senkte sich vor Erschöpfung, und Blut ran ihm aus einer Platzwunde am Kopf über das Gesicht. »Lord Machado«, sagte er. »Hauptmann Trall«, gab ich zurück und nickte. Wir blickten beide zur Finsternis des Artefakts, dann sahen wir wieder einander an. »Es soll nicht sein, mein General. Ein solch schwarzes Ding ist nicht für Menschen bestimmt.« Durch fehlende Teile seines Gesichts zeichnete sich der Schädelknochen ab. »Damit kann ich die Welt beherrschen. Ohne euer Hexenweib, seid ihr verloren«, erwiderte der Hühne nur. Der Leichnam der Priesterin lag ein Stück entfernt halb unter Wasser. »Ich werde sie zurückholen«, zischte ich. »Meine Ahnen suchten in meinen Träumen mich auf und berichteten mir von euren Plänen. Woher bestimmt war euch dabei zu versagen, den Weg für die Rückkehr der dunklen Streitkräfte der Alten zu bahnen? Mein Volk ist entschwunden. Ich bin der Letzte, doch nicht vergessen, habe ich unsere Sagen.« Der hühnenhafte Hauptmann mühte sich langsam auf die Beine, zittrig aufgrund der zahlreichen Wunden an seinem Körper. Ein geringerer Mann hätte sich zum Sterben hingelegt. »Weichet zurück!« »Niemals!« Ich benutzte die Axt, um mich vorwärts zu schleppen. »Es gehört mir!« »Ich habe den Geistern gegenüber ein Gelübde abgelegt.« »Bis zum Ende der Zeit will ich dieses Artefakt beschützen. Kein Mensch soll das Böse darin schauen und weiterleben!« Damit drehte sich der Hauptmann um und stolperte auf den Altar zu. »Es gehört mir!« brüllte ich und schleuderte meine schwere Axt. Das Blatt sank tief in seinen Rücken. Es war ein tödlicher Treffer. Der Hauptmann fiel vorwärts in die wirbelnden Ranken knüsternder schwarzer Energie. Er brüllte vor Schmerz auf, als das Böse in sein Fleischschnitt ihn versenkte, ihn verbrannte. Der Strudel der Dunkelheit schleuderte ihn kopfüber herum, wieder und wieder. Die Ranken sickerten in seiner Haut, verschmolzen damit wie eine lebendige, böse Tätowierung. »Ich gelobe es vor euch zu bewahren!« Die Macht verschlang ihn. Das Weiß seiner Augen verschwand, wurde von Tintenschwärze verdrängt. Er schrie vor Qualen. Dann folgte eine Explosion von Farben und Energie, als ein Blitz in die Spitze der Pyramide einschlug. Schmerzen und Hitze schossen durch meine Rüstung empor und schleuderten mich beiseite. Ich fiel auf die Treppe, rollte mich überschlagend durch die Ströme von Wasser hinunter, weiter und weiter hinein in die Finsternis. Ich japste, als der alte Mann die Hände von meinem Kopf löste. Schlagartig war ich wieder ich selbst. Die Pyramide im Dschungel und der wieder natürliche Sturm waren verschwunden, ersetzt durch die gespenstische Stille des polnischen Dorfs aus den 1940er Jahren. »Heilige Scheiße«, stieß ich hervor. Ich fühlte mich entsetzlich schwach. »Was ist denn da gerade passiert?« »Zu lang in seinem Geist«, erklärte der alte Mann mit leiser Stimme. »Die ist viel Anstrengung.« »Der Hauptmann! Trall! Er ist der Tätowierte!« »Ja, verflucht wie Rest von uns. Immer haken bei diese Dinge. Er, wie sagt man, ich glaube, er angeschissen.« »Und ob!« »Dazu verdammt, die letzten 500 Jahre ein böses Artefakt zu hüten.« »Mir wären bessere Möglichkeiten eingefallen, sich die Zeit zu vertreiben.« »Aber da ist noch mehr?«, fragte ich. Es gab immer noch eine Menge Fragen, die es zu beantworten galt. Lord Machado hat versagt. Diese fiese Priesterschlampe wurde erschossen, bevor sie die Zeremonie vollenden konnten. Trotzdem lebt er heute immer noch. Wie ist er zum Verfluchten geworden?« »Kleine bisschen Erinnerung noch übrig.« »Nur Kurzzeit er noch menschlich, ich glaube, dass ich dir noch zeigen muss.« »Du musst es mir sofort zeigen, Mordecai«, flehte ich ihn an. »Wenn ich weiß, wie er zu dem wurde, was er jetzt ist, dann kann ich herausfinden, wie ich ihn besiegen kann.« »Noch nicht. Zu viel Anstrengung. Und ich muss ausruhen.« »Ich kann das«, erwiderte ich. »Ich muss bereit sein.« »Nein, Junge, nicht bereit. Du wach auf. Bereit sei für Kampf. Große Kampf für dich heute.« »Großer Kampf?« »Ja, viel groß.« Er machte mit den Fingern eine Pistolengäste und gab Schussgeräusche von sich. »Viel Kampf.« »Hast du weitere kleinere Holzschnitzereien, die du mir mitgeben kannst?«, fragte ich hoffnungsvoll. »Nur für den Fall, dass ich Vampire rösten muss.« »Tut leid, Junge. Ich selbst überrasche, das hat funktioniert.« »Wie ist das überhaupt gegangen? Ich meine, ich bin kein Physikexperte, aber wie konnte ich einen immateriellen Gegenstand in die materielle Welt mitnehmen?« »Junge, viel du musst lernen. Sogar Geist ist Materie. Nur viel feiner. Früher, wie ich Monster jage, alles viel einfacher. Schießen auf sie mit Gewehr. Boom, Monster tot. Einfach. Heute Monster ganz kompliziert sind und schwer zu tot machen.« »Besteht die Möglichkeit, dass du noch solches Spielzeug schnitzen kannst?« Er zuckte mit den schmalen Schultern. »Ich versuche, wenn Zeit kommt, ihr etwas habe zu helfen.« »Geh, geh!« Er scheuchte mich weg. Ich wandte mich zum Gehen. »Noch eine Sache.« »Ja?« Barfuß stand ich da, während ich auf ihn wartete. Er schien zu versuchen, die Worte zu finden. »Spuck's aus, Mordecai. Anscheinend habe ich ein paar Monster zu töten.« »Junge«, er betrachtete mich mit ernster Miene. »And diese Tag. Probier viel. Nicht werden tot.« »Ich geb mir Mühe«, versprach ich.« »Zらいissimo, es ist ein paar Informationen, ein paar Möglichkeiten, die wir in einem Jahrzehändler ausf qehr alten K signe mit nachdenken. Oder Sie haben keinen Gefangeln mal guerra.